Rote 2 überlegte. Was sollte man über den eigenen Tod sagen? Oder vielmehr, was möchte man von jemand anderem darüber hören? War ich ein guter Mensch? Vielleicht nicht. Sarah versuchte, die Gedanken zu ordnen, die sie bestürmten. Sie fühlte sich in einem Schwebezustand zwischen Leben und Tod. Die Schüsse, die gedämpft durch die dicken Ohrenschützer drangen, klangen wie ferner Donner. Im Stand neben ihr feuerte die Leiterin von Safe Space eine Salve aus ihrer 9mm-Pistole ab, die sich wie geballte Wut entlud. Sarah hob die Waffe ihres toten Mannes auf Augenhöhe, hielt sie so, wie man es ihr gezeigt hatte, ruhig und mit beiden Händen, und nahm die schwarze Silhouette einer männlichen Cartoonfigur ins Visier. Die Pappfigur hielt ein großes Messer in der Hand, blickte ihr mit einem bösartigen Grinsen im vernarbten Gesicht entgegen und war auf der Brust mit einer deutlich sichtbaren Zielscheibe markiert. Sarah drückte dreimal ab. Sie bezweifelte, dass die Pappfigur dem bösen Wolf irgendwie ähnlich sah, aber wer wusste das schon? Vom Rückstoß spürte sie Schockwellen in den Armen, doch insgeheim war sie stolz darauf, dass sie nicht wie befürchtet nach hinten stolperte oder gar zu Boden ging. Sie sah auf und spähte zur Pappfigur. Zwei Schuss hatten ein wenig außerhalb der Zielscheibe getroffen, der dritte dagegen hatte das Papier genau in der Mitte zerfetzt. Sie wusste nicht, ob es der erste oder der letzte gewesen war, doch es freute sie, dass immerhin einer tödlich gewesen wäre. »Gut gemacht«, sagte die Leiterin, während sie sich um die Trennwand herum in Sarahs Schießstand lehnte. »Versuch mal, die Waffe in den Griff zu bekommen, wenn sie beim Schnellfeuer nach links und rechts ausschlägt. Und nicht vergessen, immer die ganze Kammer abfeuern, alle sechs Patronen hintereinander weg. Das erhöht deine Chancen. Wir haben jede Menge Munition und jede Menge Zeit.« »Jede Menge Munition mag stimmen«, dachte Sarah. »Jede Menge Zeit wohl nicht.« Sie ließ die Trommel aufschnappen, um sie aus einer Schachtel auf dem Schützenstand in Talienhöhe neu zu laden. Sarah Loxley. Vor 33 Jahren geboren. Früher einmal glücklich, dann nicht mehr. In einem Fluss geendet, weil ein Psychopath, der sie zu ermorden drohte, sie in noch größere Verzweiflung trieb, auch wenn sie ohnehin schon alles verloren hatte, wofür es sich zu leben lohnte, als ein gottverdammter Tankwagenfahrer ein Stoppschild überfuhr. Sie hob die Waffe und zielte erneut. »So geht das nicht. Immerhin ist es ein Gedenkgottesdienst. Ein wenig Trauer und ein paar nette, unverfängliche Dinge über einen Menschen, dessen Leben durch eine Tragödie zu früh geendet hat. Das bin ich. Ich bin dieser Mensch. Oder vielleicht mein Ex-Ich.« Die Zielfigur ragte vor ihr auf. Sie konzentrierte den Blick und sunkte etwas vor sich hin, um nicht den Lärm der anderen Schüsse zu hören. Kein wahres Wort über Sarah Loxley. Sie schmunzelte. Irgendwie hätte sie es schön gefunden, heimlich zu der Gedenkfeier zu gehen. Mit Sicherheit hätte es ihr geholfen, von sich Abschied zu nehmen. »Mach's gut, Sarah. Hallo, Cynthia Harrison. Nett, deine Bekanntschaft zu machen. Und ich bin hoch erfreut, dein Leben zu übernehmen.« Die Schüsse halten ihr wie ein Echo in den Ohren, und die Waffe in ihren Händen schlug heftig aus. »Cynthia Harrison, ich frage mich, ob du peinlich berührt oder enttäuscht oder wütend wärst, wenn du wüsstest, dass ich unter deinem Namen einen Mann töten werde. Einen ungewöhnlichen Mann. Einen bösen Wolf, der mit absoluter Sicherheit den Tod verdient. Immerhin hat er mich schon umgebracht.« Diesmal landeten vier der sechs Schüsse in der Mitte, und der fünfte riss ein Loch in die Stirn der Schießfigur. 20 Minuten vor Beginn der Feierstunde nahm Rote 3 die Videokamera, die sie im Einkaufszentrum erworben hatte, und brachte sie an einer Stelle an, wo die Linse alle erfasste, die zur Tür hereinkamen, stehen blieben und sich in ein Gedenkbuch eintrugen, bevor sie in dem kleinen Raum Platz nahmen. Sie war so eingestellt, dass sie zwei Stunden lang filmen würde, was Jordan für mehr als ausreichend hielt. Sie warf einen prüfenden Blick nach vorn. Karen hatte aus Fotos von Sarah und ihrer toten Familie eine Montage zusammengestellt. Die Bilder waren auf weißen Plakatkarton geklebt und an einem Stativ befestigt. Flankiert wurde die Tafel von weißen Lilien gestecken, und davor hatte das Bestattungsunternehmen ein paar Stuhlreihen aufgestellt. Es gab ein kleines Podium mit einem Mikrofon, von dem aus Karen ein paar Worte an die Trauergäste richten würde. Einerseits verspürte Rote 3 den Drang zu bleiben. Sie stellte sich vor, sich hinter einem Vorhang zu verstecken, stocksteif stehen zu bleiben und die Luft anzuhalten. Doch sie wusste, dass es sträflicher Leichtsinn wäre, selbst wenn sie sich versteckte. Und so raffte sie sich wenige Minuten, bevor die ersten Autos in den Parkplatz des Beerdigungsinstituts einbogen auf, und stahl sich davon. Sie trug ein dunkles Sweatshirt unter ihrem alten Parka und lief, die Kapuze des Sweaters tief ins Gesicht gezogen, zur nächsten Bushaltestelle. Zum ersten Mal seit Tagen wusste sie, dass ihr niemand folgte. Auch wenn sie keine logische Erklärung dafür fand, zog sie die Überzeugung nicht in Zweifel, weil ihr der kleine Beitrag zu der Totenfeier das gute Gefühl gab, dass sie ein wenig zum eigenen Schutz vor ihrem Mörder beigetragen hatte. Als der Bus mit einem schnaubenden Geräusch neben ihr anhielt und sich mit dem vertrauten hydraulischen Zischen die Türen öffneten, stieg sie ein. Jordan war sich wohl bewusst, dass sie jede Menge Schulvorschriften übertrat, indem sie an einem Samstag unerlaubt den Campus verließ. Es war ihr egal. Sie ging davon aus, dass solche schwerwiegenden Verstöße in den nächsten Tagen ihr geringstes Problem sein würden. Karen saß in einem adretten, puritanisch-züchtigen Kleid im Nebenzimmer und brütete über zwei Blättern, auf denen sie sich, nach Sarahs Angaben zu ihrem Lebenslauf, Notizen für eine kleine Ansprache gemacht hatte. Die Worte auf der Seite verschwammen vor ihren Augen. Sie fühlte sich wie eine Legasthenikerin, als die Buchstaben auf dem Papier willkürlich hin- und herzuspringen schienen und sie völlig aus dem Konzept zu bringen drohten. Wie immer, wenn sie zum ersten Mal mit einer neuen Comedy-Nummer auf die Bühne trat, nahm sie auch jetzt zu ein paar Atemübungen Zuflucht. Langsam ein, langsam aus, beruhige dein Herzschlag. »Ich weiß, dass du hier bist«, flüsterte sie. Ein Mitarbeiter des Instituts, der ihr gegenüber saß, blickte mit gekonntem, kummervollem Blick zu ihr auf und sie begriff, dass er glaubte, sie spräche mit ihrer toten Freundin und nicht mit einem Mörder. »Die ersten Leute treffen ein«, sagte der Bestattungsunternehmer. Er war deutlich jünger als der Mann, mit dem sie vor einigen Tagen gesprochen hatte, beherrschte aber den feierlich ernsten Ton seiner Zunft schon recht gut. Sie vermutete, dass er ein Sohn oder Neffe des älteren Mannes war, der ins Familienunternehmen eingeführt wurde, und diese kleine Gedenkfeier stellte für ein Bestattungsinstitut ganz gewiss keine Herausforderung dar. Die Anwesenheit des Chefs erübrigte sich. Kein Sarg, keine Leiche, wenig Blumen, schlimmstenfalls hier und da eine Gefühlsaufwandung. Falls er da draußen ist, dann nur, weil er sehen und hören will, was hier läuft. Karen merkte, wie sich bei dem Gedanken, da hinauszugehen und sich vor den Wolf hinzustellen, ihr Puls wieder beschleunigte. »Ich gehe jetzt raus«, sagte sie in kläglichem Ton. Zuvor hatte sie einen Stuhl mit gerader Rückenlehne hinter das Mikrofon gestellt. Während sie zum Podium ging, begrüßte sie jeden, der vom Parkplatz hereinkam, mit einem freundlichen Lächeln und stummem Nicken. Die Gesichter, die ihre Geste erwiderten, waren ihr alle unbekannt. Mit jedem Schritt hatte sie das Gefühl, ins Scheinwafferlicht zu treten. Sie wusste, in welche Gefahr sie sich begab. Nicht zu ändern. Wie ein orientalisches Mantra wiederholte sie unablässig den Gedanken, dass er sie nicht hier und jetzt töten würde. Jedenfalls hatte sie noch nie davon gehört, dass jemand in einem Bestattungsinstitut vor den versammelten Trauergästen ermordet worden war. Die Vorstellung war so abwegig, dass diese Logik ihr genügte, um die Nerven zu bewahren. Karen hatte noch nie eine Trauerrede gehalten und schon gar nicht für jemanden, den sie kaum kannte und der in Wahrheit gar nicht tot war. Die Farce wäre urkomisch gewesen, wäre es dabei nicht um den Versuch gegangen, am Leben zu bleiben. »Über die Toten soll man nichts Schlechtes sagen«, dachte sie und fragte sich, woher diese Maxime ursprünglich stammte. Karen war von der Besucherzahl angetan. Sie hatte nicht gewusst, ob fünf oder fünfzig Leute kommen würden. Auch, dass überhaupt niemand auftauchte, wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Doch die Zahl der Menschen, die zu der kleinen Feier strömten, übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Das war gut. Perfekt. In einer größeren Menschenmenge wird er sich sicher fühlen. Er wird davon ausgehen, dass er sich gefahrlos unters Volk mischen kann. Wäre niemand erschienen, hätte er sich wahrscheinlich wieder verdrückt, um nicht zu riskieren, in dem leeren Raum aufzufallen. Sie fühlte sich wie unter Strom, ein wenig so wie sonst beim Betreten der Bühne unter freundlichem Applaus. »Mach deine Sache gut, sei überzeugend. Stelle klar, dass Sarah tot ist.« So oft sie auch vor einer erwartungsvollen Menschenmenge gestanden hatte, dies hier war ihr wichtigster Auftritt. Karens Blick fiel auf eine Frau und einen Mann mit einem kleinen Jungen in einem zu engen weißen Hemd und einer roten Fliege, die ihm lose um den Hals hing. Der Junge lehnte sich an eine ältere Schwester von vielleicht 13, 14 Jahren, die sich mit einem Taschentuch die Augen tupfte. Die Familie blieb respektvoll vor dem Fotoarrangement stehen und betrachtete die Bilder, bevor sie ihre Plätze einnahmen. Eine ehemalige Schülerin, stellte Karen fest, und ein kleiner Bruder, der überall lieber wäre als hier. Kein Wolf. Der Raum füllte sich allmählich. Eine bunte Vielfalt an Männern und Frauen aller Altersgruppen in Begleitung einiger Kinder. Die getragene Musik, die aus den verdeckten Lautsprechern drang, umnebelte sie wie Rauch, und sie hatte das Gefühl, als trübte ihr die Musik die Sicht. Sie wartete, bis die Letzten in der Schlange die Gelegenheit ergriffen hatten, etwas ins Gedenkbuch zu schreiben, dann stand sie auf. Aus dem Augenwinkel heraus sah sie, wie der junge Bestattungsunternehmer einen Schalter an der Wand ausknipste und die Musik abrupt zum Verstummen brachte. Sie warf einen kurzen Blick über die Trauergäste und stürzte sich in ihre Rede. Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie gekommen sind. Es ist wunderbar, wie zahlreich Sie erschienen sind, und meine Freundin Sarah hätte sich sehr gefreut, so viele Menschen zu sehen. Am liebsten hätte sie jedem einzelnen Zuhörer im Raum ins Gesicht gesehen, als könnte sie den bösen Wolf am Funkeln seiner Augen erkennen. Doch stattdessen sprach sie mit gesenktem Kopf, als ginge ihr der traurige Anlass dieser inszenierten Feier zu nah. Sie hoffte, dass Jordans Kamera die Gäste an ihrer Stelle ins Visier nahm. Sie las Worte vor, die nichts als leere Phrasen waren, und bemühte sich um einen andächtigen, respektvollen Ton, während sie am liebsten laut geschrien hätte. Es war ein riskantes Spiel, keine Frage. Vielleicht ist er zu gerissen und bleibt weg, dann ist das alles hier für die Katz gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht zieht es ihn hierher und er kann, nachdem er einmal Witterung aufgenommen hat, nicht widerstehen. Darauf bauten die drei Routen. Sie dachte an die alte Redensart, Neugier ist der Katze tot. Vielleicht bricht sie auch einem Wolf das Genick. Schon komisch dachte er, dass ich nach all den Morden, die ich begangen habe, einfach ungern zu Beerdigungen gehe. Die schlagen mir wirklich aus Gemüt. Zu viel Druck auf die Tränendrüse und geheuchelte Anteilnahme. Er piff eine zusammenhangslose Tonfolge vor sich hin. Keine erkennbare Melodie. Reale Menschen wie die Roten. Erfundene Charaktere in meinen Büchern. Eine Vielfalt an Möglichkeiten, von meiner Hand zu sterben. Ob auf einer Romanceite oder auf gebahrt in einer Leichenhalle, bevor man im Krematorium oder unter der Erde verschwindet. So oder so ist man mausetot. Ob man an Altersschwäche, Krankheit oder eines plötzlichen Todes stirbt, durch ein Messer oder eine Pistole oder gar nach Lust und Laune eines Autors, am Ende läuft es aufs selbe hinaus. Er schnaubte verächtlich, als ihm bewusst wurde, dass er wie ein Pfaffer klang, der sich selbst eine Predigt hielt. Asche zu Asche, Staub zu Staub, sagte er in aufgesetzt feierlichem Ton. Der böse Wolf war stolz darauf, wie er seine fiktionalen Welten perfekt mit der Realität in Deckung brachte. In beiden Welten war er ein Mörder. Für ihn gab es kaum noch einen Unterschied zwischen den drei Roten und ihrer Verarbeitung zu Romanfiguren. Beide Welten, die Wirklichkeit und die Fiktion, meisterte er souverän. Die Gewissheit, an beiden Schauplätzen so routiniert zu sein, erfüllte ihn mit einer diebischen Freude. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr tickt, meine Damen. Sagte er leise. Er kicherte und überlegte, was letztlich verlockender war. Zu töten oder darüber zu schreiben? Beides hatte einen unwiderstehlichen Reiz. Das Einzige, was ihm nach wie vor zu schaffen machte, war die Frage, wie er in seinem Buch den Tod von Rote 2 behandeln sollte. Eine jener Verwicklungen, die Schriftsteller so oft zu lösen versuchten. James Ellroyd zum Beispiel, einer seiner Lieblingsautoren. Stadt der Teufel. Er fügte Erzählfäden gerne zu kompliziert, in den letzten Szenarien zusammen und windet sich dann mit einer stringenten, treffsicheren Sprache spielend leicht wieder heraus. Und mit Gewalt. Jeder Menge Gewalt. Die Brutalität, die er in sein Ende packt, bleibt einem immer vor Augen. Der böse Wolf wusste, dass er ihre letzten Sekunden am Rand der Brücke ebenso lebendig schildern musste, wie das, was er Rote 1 und Rote 3 zugedacht hatte. Nur war er leider nicht dabei gewesen. Er fluchte laut. Auf jeden Fall mussten die Leser begreifen, dass er ihr, als sie sich in die dunklen Fluten stürzte, den entscheidenden Stoß versetzt hatte. Du weißt genug, du kennst die Einzelheiten. Es ist nur eine Frage der angemessenen Beschreibung, sagte er. Es tat ihm immer gut, sich in der zweiten Person anzusprechen. Er ging die Liste durch. Panik ist dir bestens vertraut. Zweifel, verstehst du. Angst? Wer kennt sich darin besser aus als du? Bring sie alle in den letzten Gedanken von Rote 2 zusammen und du triffst den Nagel auf den Kopf. Er beschloss später, zu Hause ein Bad zu nehmen und mit dem Kopf ganz unter Wasser zu tauchen, um die Erfahrung des Ertrinkens zu simulieren. Ist zwar nicht dasselbe, keine schwarzen Wassermassen und Strömungen, die dich nach unten ziehen, aber du wirst es so weit nachvollziehen können, dass die Darstellung überzeugt. Halte so lange die Luft an, bis du fast ohnmächtig wirst. Dann weißt du's. So müsste es funktionieren. Du musst kennen, worüber du schreibst. Hemingway kannte den Krieg, Dickens kannte die britische Klassengesellschaft, Faulkner kannte den Süden. In allen guten Schriftstellern steckt ein Journalist. Er hatte seinen Wagen auf einem kleinen, unbefestigten Parkplatz am Eingang eines Wildgeheges abgestellt, unweit des Hauses von Rote 1. Der Park grenzte an die Rückseite ihres Grundstücks. Es gab einen Wanderweg, den die Körnerfresser und Naturapostel der Gegend liebten, und der zunächst in den Wald und anschließend einen steilen, aber nicht allzu unwegsamen Pfad zu einem Hügel hinaufführte, wo er einen mit einem herrlichen Blick über das Tal belohnte, in dem er selbst und die drei Roten lebten. Es war ein beliebtes Ausflugsziel, und der Parkplatz war an einem Sonntagmorgen nicht selten mit einem guten Dutzend Autos zugeparkt, und man hörte das Lachen der Wanderer auf ihrem Auf- oder Abstieg. An Wochentagen dagegen war der Platz meist leer, da es nicht viele gab, die nach einem langen, öden Arbeitstag die Energie für eine noch so kleine Wanderung aufbrachten. An diesem Nachmittag standen gerade mal drei Autos auf dem Parkplatz, obwohl es Samstag war. Der grau verhangene Himmel kündigte Regen an, und es war so kalt, dass er seinen Atem sehen konnte, als er die Scheibe herunterließ. In höheren Lagen konnte es Schneegestöber geben. Das war bedenklich. Er wollte keine Spuren auf gefrorenem Boden hinterlassen. Auf nassem, weichem Grund würden seine Spuren schnell verwischt, doch Matsch, der später mit sinkender Temperatur gefror, würde sein Profil fast so gut erhalten wie eine Gipsform. Er hatte von mehr als einem Mörder gelesen, der durch einen gut erhaltenen Schuhabdruck überführt worden war, und er war sich bewusst, dass selbst die Dorftrottel vom hiesigen Revier wussten, wie man Schuh- und Reifenabdrücke identifizierte. Er sah sich um. Auch wenn nur ein paar Wanderer unterwegs waren, musste er sichergehen, dass ihn keiner dabei beobachtete, wie er etwas ungeschickt einen billigen blauen Anzug gegen Jeans, einen Fleece-Pullover und einen Regenmantel wechselte. Trauerkleidung gegen Wanderkluft. Er musste sich auf dem Vordersitz seines Wagens verrenken, als er aus der Hose schlüpfte, und wieder einmal wurde ihm bewusst, dass er nicht jünger wurde. Es knirschte in seinen Knien, und er bekam einen steifen Rücken. Da war nichts zu machen. Er schüttelte seine schicken Schuhe ab, zog sich dicke Wollsocken an und schlüpfte in derbe, wasserdichte Wanderstiefel. Nachdem er sich umgekleidet hatte, überprüfte er den falschen Lippen- und Kinnbart im Rückspiegel, um sich zu vergewissern, dass er ihm noch richtig im Gesicht saß und nicht verrutscht war, als er sich in den Rollkragenpullover gezwängt hatte. Aus den guten alten Zeiten vor der Einführung von Überwachungskameras hatte er von einem Bankräuber gelesen, der sich nie hinter irgendwelchen Masken versteckte, sondern sich vor jedem Überfall mit Theaterschminker eine brutale falsche Narbe ins Gesicht verpasste, die von einer Augenbraue über die Wange bis unters Kinn verlief. Der kannte sich mit der Psychologie des Verbrechens aus, dachte der böse Wolf. Jedes Mal, wenn die Polizei, Kassierer und andere Zeugen um eine Personenbeschreibung des Täters bat, hatten sie einherrlich erklärt, den können sie nicht verfehlen, denn er hat diese Narbe, die sie anschaulich beschrieben. Sie sahen nichts weiter als diese falsche Narbe. Weder Haar noch Augenfarbe, die Form seiner Wangenknochen, die Konturen von Nase und Kinn. Die Geschichte hatte ihm schon immer gefallen. Die Leute sahen nur das, was ins Auge sprang. Die Feinheiten entgingen ihnen. Doch die Feinheiten waren sein leidenschaftliches Credo. Aus dem Kofferraum seines Autos holte er einen leuchtend rosa Rucksack, den er in einer Drogerie gekauft hatte. Er war mit einem galoppierenden Einhorn geschmückt. Mädchen im Kindergartenalter liebten so etwas. Außerdem holte er einen knorrigen Wanderstock heraus, um den er einen Schal in Regenbogenfarben wickelte, ein klassisches Accessoire der hiesigen Schwulen und Lesben. Über den Kopf zog er sich eine marinenblaue Strickmütze mit dem Logo der Footballmannschaft New England Patriots. Diese Verkleidung stellte ein Sammelsurium an Ungereimtheiten dar, das ihn genau deshalb für jeden, dem er im Wald zufällig begegnete, praktisch unsichtbar machte. Sie werden sich an all die falschen Dinge erinnern. In den rosa Rucksack hatte er sechs Gegenstände gepackt. Ein Butterbrot, eine kleine Taschenlampe, eine Thermoskanne mit Kaffee, ein Nachtsichtgerät für den Fall, dass er beschloss, bis zum Einbruch der Dunkelheit zu bleiben, ein einklappbares Fernglas und ein Exemplar von Ordebens »Vögel Amerikas«. Das Buch, das er nie gelesen oder auch nur aufgeschlagen hatte, war für jemanden wie einen Parkwächter bestimmt, der neugierig genug war, ihn anzuhalten, auch wenn der böse Wolf bezweifelte, dass an diesem Nachmittag einer von ihnen auf den Wanderwegen unterwegs sein würde. Er hegte nicht wirklich die Absicht, einen Weißkopf-Adler oder eine Weißkehleule zu beobachten. Er fing wieder an zu pfeifen, eine unbeschwerte, fröhliche Melodie. Er sah auf die Armbanduhr. »Das Timing ist wichtig«, rief er sich ins Gedächtnis. Er wartete, bis der Sekundenzeiger auf zwölf sprang, dann machte sich der böse Wolf so schnell er konnte an den Aufstieg. Er suchte nach der Kerbe, die er in einen Baumstamm am Wegesrand geschnitten hatte, um die Route durch den Wald zu markieren, die den Hang hinunter am Haus von Route 1 vorbeiführte. »Probelauf«, dachte er. »Das nächste Mal wäre es kein rosa Kinderrucksack und kein schwulen Wanderstock, das nächste Mal würde er nur sein Jagdmesser mitbringen.« Er fasste seinen Plan noch einmal zusammen. »Dienstag. Ein gewöhnlicher Wochentag, langweilig, mitten in der Arbeitswoche. An einem Dienstag war nichts Besonderes. Der kommende Dienstag würde da allerdings eine Ausnahme bilden.« Er zählte gewissenhaft die Minuten, die er brauchte, um sich seinen Weg durch das Dickicht des Waldes zu bahnen. Von da an würde er die Stunden bis Dienstag zählen. Durch die Seitentür aus dem Haus, am Eckladen und der Pizzeria vorbei, laufgeduckt mit gesenktem Kopf und zügigen Schritten. Rote 2 eilte durch das dämmerige Licht des Spätnachmittags. Es hatte wieder zu nieseln begonnen. Sie zog gegen die Kälte die Schultern ein und drückte das Kinn an die Brust. Sie trug eine alte, schwarze Baseballkappe, die schon ein wenig zerfleddert war und ihren Haarschopf kaum verbarg, aber besser war als nichts. Auf dem Schirm bildeten sich ein paar Tropfen. Die Episkopalkirche war ihnen als ein guter Treffpunkt erschienen. Sie lag vier Blocks von dem Frauenhaus entfernt, in dem sich Sarah versteckte, fast unmittelbar an der Buslinie, die an Jordans Schule vorbeiführte und war von dem Parkhaus, in dem Karen ihren Wagen abstellen und ein paar Mal mit dem Fahrstuhl hinauf- und hinunterfahren konnte, um einen potenziellen Verfolger abzuschütteln, in einem kurzen Fußmarsch durch die Einkaufsstraßen in der Innenstadt bequem zu erreichen. Der Pastor hat im Kellergeschoss einen Raum, den wir benutzen dürfen, hatte Rote 1 am Telefon gesagt. Ich habe ihm erzählt, dass wir einer Freundin in Safe Space helfen müssten, »Dear Sarah« und einen ungestörten Treffpunkt bräuchten. Er war äußerst verständnisvoll. Er sagte, er würde häusliche Gewalt oft in seinen Predigten thematisieren. Deshalb habe ich so getan, als ging es um einen gewalttätigen Ehemann. Sie hatte nicht gesagt, »Kein Wolf wird uns in eine Kirche folgen«, ein Gedanke, der Sarah beflügelte, als sie den Schwarzen, im Regen glitzernden Parkplatz überquerte. Irgendein absurder Gedanke über geweihten Boden geisterte ihr durch den Kopf, doch das betraf Vampire und nicht Wölfe. Rote 1 hatte sie angewiesen, die Kirche nicht durch das Hauptportal zu betreten, und so lief sie zur Rückseite. Es gab einen kleinen Eingang zum Keller mit einem Schild und der Aufschrift, »Kein Zutritt während der Sonntagsgottesdienste.« Die Gruppe der anonymen Alkoholiker trifft sich montags, mittwochs, freitags, neunzehn bis einundzwanzig Uhr. Sie trat in eine Pfütze, fluchte und hastete weiter. Sie fühlte sich fast wie ein Gespenst, als wäre sie plötzlich unsichtbar. Liegt es an der Gedenkfeier? Eine Menge Leute halten mich für tot. Niemand, der die alte Sarah kannte, darf die neue Cynthia sehen. Sie öffnete die Tür und betrat das Kellergeschoss der Kirche. Nicht weit von ihr zischte ein Heizkörper, und irgendwo schepperten verborgene, dampfgefüllte Rohre. Sarah lief zielstrebig unter dem kalten Licht nackter Glühbirnen einen schmalen, weiß getünchten Flur entlang. Am Ende öffnete sich der Korridor in einen größeren Raum mit einer niedrigen, schalldichten Decke und Linoleumboden. An einer Wand war ein leeres Podium, vor dem mehrere Reihen stählerner Klappstühle standen. Es war ein schäbiger, trostloser Raum, und sie vermutete, dass hier die Treffen der anonymen Alkoholiker stattfanden. In einer Ecke stand eine Tür offen, und sie hörte Stimmen. Sie folgte ihnen und entdeckte Karen an einem massiven Eichentisch. An den Wänden hingen Fotos von einem grauhaarigen Mann in Priesterrobe beim Gottesdienst, sowie ein paar gerahmte Theologiediplome, doch von dem Priester war nichts zu sehen. Jordan stand neben Karen und hantierte mit einer Kamera ein paar Kabeln und einem Laptop. Jordan sah auf und sagte grinsend, »Ey, wandelnde Tote, wie geht's?« »Nicht schlecht. Gewöhn mich allmählich daran,« sagte Sarah. »Cool.« Karen kam herüber und umarmte Sarah, was die jüngere Frau überraschte, auch wenn sie die Wärme in der Geste spürte. Nicht direkt die Umarmung einer Freundin, doch ein unausgesprochenes »Wir stehen das zusammen durch.« »Wie ist es gelaufen?« fragte Sarah. Was konnte absurder sein, als sich danach zu erkundigen, wie die eigene Totenfeier aufgenommen worden war, doch sie verdankten es dem Wolf, dass sie Fragen stellten, die außerhalb aller vertrauten Normen lagen. Karen zuckte die Achseln und verzog das Gesicht zu einem süß-sauren Lächeln. »Gut, etwas seltsam, aber gut. Du hattest viel mehr Freunde, als du gedacht hast. Die Leute waren offenbar wirklich traurig darüber.« Sie führte den Satz nicht zu Ende, doch Jordan sprang ein. »Dass du dir das Leben genommen hast.« Der Teenager grinste und lachte. Sarah brachte ein schwaches Lächeln zustande. Sie fand ihre Situation nicht im Mindesten komisch, weder was sie getan hatten, noch was sie zu tun gedachten, auch nicht ihren Abschied von ihrem alten Leben. Andererseits traf Jordans Reaktion das Ganze im Kern. Es war zum Todlachen, ein toller, gelungener Streich. Die drei Roten schwiegen einen Moment. »War er da?« fragte Sarah. »Wenn ich das wüsste,« erwiderte Karen. »Es war eine ganze Reihe Männer da, auch Familien, aber mir ist kein bestimmter Mann ins Auge gesprungen. War ja nicht zu erwarten, dass er sich ein Schild umhängt, gestatten böser Wolf, oder dass er sonst irgendwie aus dem Rahmen fällt. Ich hab versucht, mit jedem Blick Kontakt aufzunehmen, aber das war schwerer als gedacht. Er muss da gewesen sein,« sagte Jordan im Brustton der Überzeugung und dem Jugendlichen Selbstvertrauen, sich einer Sache hundertprozentig sicher zu sein. Die anderen beiden Roten waren älter und neigten daher eher zu zweifeln. »Also mal ehrlich, wie könnte er wegbleiben, wo doch die Feier letztlich sein Werk war? Die ganze Zeit haben wir den Scheißkerl im Nacken und so eine Gelegenheit soll er sich entgehen lassen? Das wäre wie sechs Richtige im Lotto und du hältst es nicht für nötig, den Schein einzulösen.« Karen hingegen fielen tausend Gründe ein, weshalb der Wolf beschlossen haben könnte, fernzubleiben. »Oder auch nur einer«, dachte sie, ohne es auszusprechen. »Weil er clever ist und es gar nicht nötig hatte, dort zu sein, weil er irgendwo da draußen auf uns lauert. Um die nächste Ecke oder in meinem Haus oder in meiner Praxis oder ganz woanders, wo ich nicht mit ihm rechne und wo ich sterben werde.« Sie schüttelte den Kopf, nicht über Jordans Gewissheit, sondern um die Ängste abzuschütteln, die sie bestürmten. Plötzlich blitzte in ihrem Kopf ein seltsamer Gedanke auf. Eine Erinnerung aus einem Literaturkurs am College, an dem sie Jahre vor ihrer Ausbildung in organischer Chemie, in Statistik und Physik und der endlosen Facharztausbildung teilgenommen hatte. Es war ein Kurs über die Literatur des Existenzialismus gewesen und sie hatte seit Jahrzehnten nicht mehr daran gedacht. Mutter ist heute gestorben, vielleicht auch gestern, ich weiß es nicht genau. Sie hätte schreien können. Karen stirbt morgen, vielleicht auch übermorgen, ich weiß es nicht genau. Jordan tippte in die Computertastatur und sah dann zu ihnen auf. »Hey, es funktioniert, es kann losgehen.« Sie stieß ein sarkastisches Lachen aus. »Fehlt nur noch das Popcorn.« Die drei Frauen beugten sich über den Schreibtisch und starrten auf den Bildschirm, der sich mit Leben füllte. Menschen, die zum Gedenkgottesdienst hereinkamen. Im Hintergrund spielte die Musikkonserve. Da die Besucher sich still und respektvoll verhielten, war kaum etwas anderes zu hören, während sie, ohne es zu wissen, vor die Linse der Kamera traten und wieder verschwanden. »Stellt euch ein Dreieck vor«, sagte Karen leise. »Wenn man sich über einen Ort einen Überblick verschaffen will, denkt man an ein Dreieck. Das gibt einem die Antwort, die man braucht.« »Das sind wir«, sagte Jordan. »Rote Eins, Rote Zwei und Rote Drei. Drei Schenkel eines Dreiecks.« »Seht genau hin«, fuhr Karen fort. »Sarah, du solltest jeden identifizieren, den du kennst.« Sie schlug das Gedenkbuch auf, das sie vom Bestattungsinstitut bekommen hatte, in das die Leute kurze Bemerkungen eingetragen oder auch nur ihre Unterschrift gesetzt hatten. Sarah starrte auf die erste Person, die auf dem Video zum Buch ging. »Also, das ist mein Nachbar mit seiner Frau und ihren beiden Söhnen. Der rot-weiß-blaue Superpatriot, durch dessen Garten du geschlichen bist«, sagte sie zu Karen. Karen nahm einen Bleistift und machte hinter dem Namen im Buch ein Häkchen. »Das sind die Eltern einer meiner Schülerinnen, und das ist sie selbst. Sie war in meiner letzten Klasse, bevor ich gekündigt habe. Sie ist ganz schön gewachsen.« Sarah war kurz davor zu weinen. »Sie ist so hübsch geworden«, fügte sie im Flüsterton hinzu. Abgehakt. »Weiter«, sagte Karen linkisch. Ein Gesicht nach dem anderen zog über den Bildschirm, und Sarah gab ihnen Namen und Zusammenhänge. Jordan ließ das Video zwischendurch per Maustaste langsamer laufen und hielt es bei ein, zwei Gelegenheiten an, bis Sarah die Person eingeordnet hatte. Mal stellte sie die Verbindung spontan, mal erst nach einigem Nachdenken her. Es erinnerte ein wenig an ein experimentelles Theaterstück, bei dem es keinen Dialog und keine Handlung gab, sondern nur einzelne Bilder, die einen unverwechselbaren, tiefen Eindruck hinterließen. Manchmal musste Sarah eine Pause einlegen, im Zimmer auf- und ablaufen und tief in ihrer Erinnerung kramen, bis ihr einfiel, wer es war. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die drei Roten jedem Mann in der Besucherschlange. Komm schon, verdammt nochmal, flüsterte Jordan. Ich weiß, dass du da bist. Der Strom verebte und kam schließlich zum Stillstand. Mist, 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 fluchte Jordan, als auf dem Computerbildschirm nur noch das Gedenkbuch zu sehen war. Die Musik verstummte und sie hörten die ersten Worte von Karens Trauerreder. Scheißkerl, fügte Jordan hinzu. Sehen wir's uns nochmal an, sagte Karen ruhig. Dabei kämpfte sie gegen eine Woge der Panik an. Er ist nicht gekommen, sagte Sarah. Sie fühlte sich wie über einem Abgrund, als rutsche ihr Finger, der sich mit letzter Kraft um den Felsvorsprung krallte, ab und sie stürzte in die Tiefe. Karen sah, wie Jordan die Fäuste ballte und in die Luft boxte, als hätte sie dort das Gesicht des Wolfs Vorsichtes auf dem Video nicht zu sehen war. Schauen wir es uns noch einmal an, wiederholte Karen leiser, doch mit der Entschlossenheit der blanken Wut. Wir haben etwas übersehen. Innerlich nagte der Zweifel an ihr. Vielleicht hatten sie ja doch nichts übersehen. Sie merkte, wie ihr vor Angst und Anspannung die Stimme versagte und ihr Puls zu rasen begann. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Es war schließlich nicht so, dass sie noch einen Haufen Ideen im Ärmel hatte. Sie war kurz davor, in Tränen auszubrechen und es kostete sie eine gewaltige Willensanstrengung, dagegen anzugehen. Noch mal von vorne und Jordan, halte das Video diesmal bei jedem an, der sich einträgt. Es war eine mühselige Angelegenheit, langsam und bedächtig. Mit jedem Besucher, der als Wolf nicht in Frage kam, wuchs die Anspannung im Raum. Im Grunde wusste keiner von ihnen, wonach sie suchten. Vielmehr ließen sie sich von der absurden Vorstellung leiten, auf etwas Eindeutiges zu stoßen, während jede von ihnen insgeheim fürchtete, dass das Gegenteil der Fall war. Jordan hätte sich am liebsten irgendeinen Gegenstand geschnappt und gegen die Wand geschleudert. Karen war danach zumute, so lange lauthals zu schreien, bis sie nicht mehr konnte. Sarah, die das Gefühl hatte, die anderen beiden zu enttäuschen, war den Tränen nah. Jordan hielt den Film bei einer Familie an, die vor dem Buch verweilte. Also gut, sagte sie in frustriertem Ton. Wer zum Teufel ist das? Der Mann ist Notarzt bei der Feuerwehrstation, bei der mein Mann Schichtleiter war. Ich glaube, den haben sie zu … Sie sprach nicht weiter, da sie das Wort Unfall nicht über die Lippen brachte. Sarah stand auf und lief ein paar Schritte im Raum hin und her, als hätte sie Angst, sich die Bilder noch einmal anzusehen. Karen verstand augenblicklich, was mit ihr los war. Sie versuchte Sarah über diese schwierige Hürde hinweg zu helfen. Gut, er hat mit einem Mann zusammengearbeitet, und wer sind die anderen neben ihm? Sarah blieb stehen und drehte sich wieder zum Bildschirm, diesmal allerdings in einigem Abstand, als könne sie die räumliche Distanz vor den Erinnerungen bewahren. Das muss eine Frau sein, die mit dem kleinen Kind an der Hand und dem Baby auf dem Arm. Sie waren ein-, zweimal zum Essen bei uns. Die Frau direkt dahinter ist wohl die Schwiegermutter, daran kann ich mich erinnern. Die Schwiegermutter wohnte bei ihnen. Mein Mann stöhnte ein paar Mal, er sei es leid, sich ständig die Klagen über sie anzuhören. Okay, weiter geht's, sagte Jordan. Es sei denn, du hältst einen Notarzt für den Wolf. Karen hob die Hand. Irgendetwas machte ihr zu schaffen, auch wenn sie nicht wusste was. Nein, sagte sie bedächtig. Spul bitte ein bisschen zurück und dann spiel es noch mal ganz langsam ab. Sie sah sich die Familie ein zweites Mal an. Der Mann trug einen blauen Anzug. Er saß etwas zu eng und der Mann wirkte ein wenig steif, als er sich zu dem Tisch mit dem Buch begab. Seine Krawatte schien ihn fast zu erdrosseln und sein Gesichtsausdruck war betrübt. Die Frau in Sarahs Alter war hübsch, aber etwas nachlässig frisiert und in Eile geschminkt. Sie trug ein geschmackvolles, geblümtes Kleid unter dem Mantel und eine Tasche an einem Riemen, zweifellos mit einer Flasche Milch, Windeln und einer Rassel. Sie hatte Mühe, das sich windende Baby auf dem Arm zu halten und das ältere Kind am Handgelenk zu fassen, damit es ihr nicht entwischte. Es war eine altbekannte Mutter-Kind-Choreografie. Zu viel auf einmal. Zu viel Verantwortung für einen Anlass unter Erwachsenen, der für kleine Kinder nicht geeignet war. Das stimmt was nicht, sagte Karen. Sarah schüttelte den Kopf. Nein, ich kenne ihn. Ich meine, er liebt seinen Beruf, er rettet Leben, er ist kein Mörder. Sicher weiß man sowas nie, sagte Jordan in ihrer Frustration. Jeder könnte der Wolf sein. Doch Karen störte etwas ganz anderes an der Szene, auch wenn sie immer noch nicht sagen konnte, was es war. Sie beugte sich vor und starrte genauer hin. Spul es ein winziges Stück weiter, sagte sie. Jordan hantierte mit der Computermaus. Die Schwiegermutter erschien auf dem Bildschirm, doch als sie sich über das Buch beugte, war sie halb von dem Mann, der Frau und den Kindern verdeckt. Da stimmt was nicht, wiederholte Karen. Was denn? fragte Sarah. Die junge Frau müht sich mit den Kindern ab. Wieso überlässt sie nicht eins davon ihrer Mutter, während sie sich ins Buch einträgt? Tut sie nicht. Ich meine, ist die Mutter nicht mitgekommen, um ihr zu helfen? Sie wird doch offensichtlich gebraucht. Karen schwieg. Alle drei reckten die Hälse. Ich kann ihr Gesicht nicht deutlich sehen, sagte Sarah. Verdammt, dreh dich um, brüllte sie die Gestalt auf dem Bildschirm beinahe an. Hast du die Schwiegermutter jemals kennengelernt? fragte Karen. Nein. Dann wissen wir also nicht mit Sicherheit. Sie sprach nicht weiter, sondern verrenkte unwillkürlich ihren Körper, als würde so die Aufnahme der Frau schärfer. Jordan zoomte sie ein kleines bisschen heran und berührte mit dem Gesicht fast den Bildschirm. Weißt du, wer das ist? fragte Karen abrupt. Nein, sagte Sarah. Karen holte tief Luft, als es ihr plötzlich dämmerte. Aber ich, sagte sie. Es herrschte Schweigen im Raum. Sie überlegte. Eine Frau, die zu einer Trauerfeier kommt, ohne die Tote zu kennen. Alle drei Roten hörten das Zischen der Heizungsrohre in der Decke über ihn. Ich auch, sagte Jordan leise. Im selben Moment verließ sie aller Jugendliche ungestüm und sie wurde kreidebleich. Sie schrieb alles, woran sie sich erinnern konnte, auf einen billigen Notizblock, den sie in einem nahegelegenen Drugstore gekauft hatte. Sie war aufgeregt wie ein Teenager vor dem Abschlussball. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, wirklich Teil des geheimnisvollen Schreibvorgangs zu sein. Sie fühlte sich die Trauergäste, denen sie begegnet war, vor Augen und beschrieb sie mit Akribie. Dieser ältere Herr trug einen blauen Anzug, der ihm nicht passte und eine lindgrüne Krawatte dazu. Jene Frau war mindestens im siebten Monat schwanger und die Teilnahme an der Veranstaltung war für sie beschwerlich. Sie zitierte jede Formulierung, die sie sich aus der Traueransprache der Ärztin eingeprägt hatte. Niemand außer Sarah weiß, weshalb sie diese letzte Entscheidung getroffen hat. Sie zählte, soweit sie ihr bekannt waren, die Musikstücke auf. Jesus bleibt meine Freude, von Bach, eine Sonate von Mendelssohn. Sie gab jeden noch so banalen Gesprächsfetzen wieder, den sie aufgeschnappt hatte, als sie an der Tür in der Schlange der Gäste stand. Ich hasse Beerdigungen und »Das ist so traurig« und »Psst, Kinder, jetzt müsst ihr eine Weile still sein!« Ganz am Ende ihres Berichts fügte Mrs. Böser Wolf hinzu, »Ich bin sicher, dass mich Dr. Jason nicht erkannt hat. Ich habe den Blick abgewandt und mich hinter anderen Leuten versteckt. Ich saß dann in der letzten Reihe und bin hinausgeschlichen, sobald sie mit ihrer Rede zu Ende war. Danach habe ich gegenüber dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite gewartet, bis alle, einschließlich Dr. Jason, gegangen waren. Sie hat nicht einmal in meine Richtung geschaut. Und noch eine Anmerkung fügte sie hinzu. Zu keinem Zeitpunkt war Jordan zu entdecken. Falls sie zu der Feierstunde erschienen wäre, hätte ich sie sofort bemerkt. Mrs. Böser Wolf hatte sich mit ihren unscheinbaren Zügen immer als graue Maus empfunden und darunter gelitten. Nie stach sie zwischen anderen heraus, und ein Leben lang war sie auf die beliebten Mädchen, später dann Frauen, eifersüchtig gewesen, die man nicht übersehen konnte. Sie war sogar ein wenig verletzt, dass nicht einmal ihre Ärztin sie bemerkt hatte. Doch dieser Anflug von Verärgerung wich der Erkenntnis, dass sich ihr Erscheinungsbild, ihr allerwelts Gesicht, mit dem sie unbemerkt in jeder Gruppe verschmolz, plötzlich als Vorteil erwies. Sie wusste nicht, dass sie ihr Mann, der Mörder, schon zu Beginn seines Buchs eine ganz ähnliche Überlegung angestellt hatte. Ich war wie eine Fliege an der Wand, dachte sie, die alles sieht und hört und die keiner bemerkt. Sie betrachtete die Seiten mit ihrem Bericht. In sauberer, leserlicher Handschrift und im präzisen Stil einer Sekretärin. Das hier war eine andere Art, sich bemerkbar zu machen. Man braucht weder vorlaut noch ungewöhnlich schön zu sein, sagte sie sich. Man braucht nicht, wie die Frauen, die in das Buch kommen, eins achtzig groß zu sein und rote Haare zu haben. Solange man mit Worten umgehen kann, ist man schon etwas Besonderes. Der Gedanke war in ihren Augen äußerst verführerisch, geradezu magisch und romantisch. Sie betrachtete ihre Anmagungen auf den linierten Seiten und hoffte, dass ihre Sprache anschaulich und treffend war. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass ihr Mann sie noch nie darum gebeten hatte, etwas für ihn zu schreiben. Das gab dem Auftrag noch mehr Gewicht. Dass er sie mit der Aufgabe betraut hatte, die Trauerfeier zu besuchen, hatte sie mit tiefer Befriedigung erfüllt. Die Feier ist von zentraler Bedeutung für das neue Buch, hatte ihr Mann gesagt, während er ihr dabei zusah, wie sie sich fertig machte. Sie hatte sich für einen schlichten, unauffälligen grauen Bläser entschieden, dazu eine dunkle Hose und eine getönte Brille. Keine Sonnenbrille, aber Gläser, die ihre Augen ein wenig abdunkelten. Ich kann nicht selbst hingehen, aber ich muss alles wissen, was passiert. Sie hatte ihn nicht nach Gründen gefragt, auch nicht, als er ihr einschärfte, während der gesamten Veranstaltung unerkannt zu bleiben. Vielmehr hatte sie sich völlig anders als sonst frisiert, so dass sie selbst erstaunt war, als ihr aus dem Spiegel eine Fremde entgegenblickte. Schließlich hatte er sie für den Fall präpariert, dass sie doch von jemandem erkannt wurde. Gib dich einfach überrascht, hatte er gesagt. Erzähle ihnen, du hättest Sarahs Ehemann von früher gekannt, aus der College-Zeit. Das wird genügen. Da hakt niemand nach. Mit einem Lächeln hatte er sie informiert, an welcher Schule und welchem College der Mann gewesen war, bevor er zur Feuerwehr ging. In dem Zusammenhang fügte er hinzu, Sarahs Ehemann habe abends an der Volkshochschule Schreibkurse besucht. Sag einfach, da hättet ihr euch kennengelernt. Ein gemeinsames Hobby, bis er den tragischen Unfall hatte. Sie hatte jede Instruktion bis ins letzte Detail befolgt und ihre Sache, wie sie glaubte, besser gemacht, als er sich hätte erträumen können. Sie beglückwünschte sich zu ihrer kleinen Vorstellung. Du hättest Schauspielerin werden sollen. Du gehörst auf die Bühne. Das hier war dein erster Auftritt und du hast dich großartig geschlagen. Ein Moment lang fühlte es sich fast so an, als schreibe sie ein eigenes Kapitel, das Wort für Wort in sein Buch eingehen würde. Ein Wonneschauer lief ihr über den Rücken. Sie konnte kaum stillsitzen, als sie sich über ihre Notizen beugte, sich noch einmal sämtliche Einzelheiten ins Gedächtnis rief und jedes zusätzliche Detail, das ihr in den Sinn kam, an der passenden Stelle einfügte, da sie wusste, dass selbst eine noch so kleine Beobachtung genau das Puzzleteil sein konnte, dass die ganze Szene letztlich das Kapitel und am Ende gar das ganze Buch zusammenhielt. Als sie aufblickte, war es dunkel. Ein Scheinwerferpaar schwenkte in die Einfahrt. Beflügelt stand sie auf. Mrs. Böser Wolf ging zur Tür, um ihrem Mann zu öffnen. Es war, als fielen die Jahre, die das Alter einläuteten, in diesem Moment von ihr ab. Sie war nicht mehr die scheue, kränkliche, von Ängsten geplagte Frau, deren Bestimmung es war, ihm still und unauffällig den Rücken zu stärken. Sie war immer noch mit derselben glühenden Leidenschaft erfüllt, wie in den Nächten nach ihrer ersten Begegnung. Sie war Mata Hari, eine femme fatale. Jetzt, da sie etwas wussten, bekamen sie es umso mehr mit der Angst zu tun, da es ihnen vor Augen führte, wie lückenhaft ihr Wissen tatsächlich war. Die drei Roten lieferten sich einen lautstarken Schlagabtausch. Sie hat nicht den geringsten Grund da zu sein, sagte Jordan mit Nachdruck. Sie hat etwas mit der Sache zu tun. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, antwortete Karen ebenso heftig. »Jordan, verdammt! Wir können es uns nicht leisten, voreilige Schlüsse zu ziehen. Schließlich könnten wir uns irren.« »Du hast von den drei Schenkeln eines Dreiecks gesprochen. Die bräuchten wir, um zu verstehen, wer der böse Wolf ist. Aber ich sehe nur zwei,« mischte sich Sarah in den Streit ein. »Ich habe keinen Schimmer, wer diese Frau ist und wieso sie zu meiner Trauerfeier gekommen ist. Also, wo bleibt der dritte Schenkel?« »Die Tatsache, dass wir wissen, wer sie ist und du nicht, das ist der dritte Schenkel,« schnaubte Jordan. »Du redest Unsinn,« erwiderte Karen. »Vielleicht kannst du mir dann folgende Frage beantworten. Ergibt es irgendeinen logischen Sinn, drei Fremde zu verfolgen und zu töten, die rein zufällig rote Haare haben, nur weil du so eine beschissene Märchenobsession hast? Mal im Ernst.« »Muss es wohl. Irgendwie. In irgendeiner Hinsicht. Ja?« »Na toll. Soll das vielleicht heißen, wir sind diesem Scheißwolf keinen Deut näher gekommen und wissen folglich auch genauso wenig wie bisher, was wir machen sollen, nur weil wir uns nicht sicher sind? Wirklich toll. Ich meine, ich bin begeistert.« Jordan lief im Zimmer hin und her und fuchtelte frustriert mit den Händen. Sie wusste nur eins. Sie musste etwas unternehmen. Irgendetwas. Der Gedanke, tatenlos auf den Tod zu warten, brachte sie um. Ihr wurde nicht einmal die Ironie der Formulierung bewusst. Sie wusste, dass sie sich von ihren Gefühlen beherrschen ließ. Sie hielt das nur nicht mehr für einen Fehler. Sarah ließ sich in einen Sessel fallen und versuchte zu ergründen, weshalb eine Fremde zu ihrer Beerdigung kam und wieso sie darüber so aufgebracht war. Sie sagte sich, dass es auch andere geben musste, die nicht zu ihren früheren Freunden, Bekannten oder den Familien ehemaliger Schüler zählten. Zweifellos gab es Leute, die ihr eigenes, armseliges Leben damit füllten, alle möglichen Beerdigungen und Feierlichkeiten zu besuchen, von denen sie zufällig erfuhren, damit sie ein paar Krokodilstränen vergießen und sich glücklich schätzen konnten, weil für sie das letzte Stündlein noch nicht geschlagen hatte. Sie starrte auf das Standbild der teilweise verdeckten Frau. Wieso konnte sie nicht einfach eine von diesen bedauernswerten Geschöpfen sein? Natürlich war das möglich. Vielleicht aber war sie das genaue Gegenteil. Sarah musterte Karen und Jordan. Die beiden waren wie Feuer und Wasser. Der eine konnte es nicht schnell genug gehen, die andere war übervorsichtig. Es wäre schön, dachte sie, wenn ich als Stimme der Vernunft zwischen beiden vermitteln könnte. Doch dazu war sie nicht in der Lage. Eine innere Stimme sagte ihr, hier und jetzt das Weite zu suchen, sich ihr neues Leben als Cynthia zunutze zu machen und die anderen beiden allein mit dem Wolf herumschlagen zu lassen. Sie konnte sich in Sicherheit bringen. Er würde sich mit den zwei verbliebenen Roten zufrieden geben. Sie wäre frei. Sarah packte eine Mischung aus Panik und Selbsterhaltungstrieb. Sie kämpfte dagegen an. Uns bleibt nur eine Möglichkeit, sagte sie in festem Ton wie eine Lehrerin, die eine unbändige Klasse zur Ordnung ruft. Wir werden selbst zu Stalkern. Jordan wartete, bis das Zuschlagen der Tür durch das Wohnheim halte. Sie trat an ihr Fenster und sah, wie die Lehrerin, die zugleich Vertrauensperson für ihr Wohnheim war, in die abendliche Dunkelheit davon trippelte. Ihr folgte eine schnatternde Schar von Mädchen. Sie strömten zu einer Tanzveranstaltung in der Kunstgalerie der Schule. Schon jetzt dröhnten die Akkorde einer lokalen Rockband über den Campus, die den alten Song von Wilson Pickett »In the Midnight Hour« coverten. Jordan griff zu einem kleinen Schraubenzieher und ihrem eingeschweißten Schülerausweis. Sie hatte bereits die Schuhe ausgezogen, sodass sie leise über den Flur schleichen konnte. Es hatte einen erheblichen Vorteil, in einem 150 Jahre alten Haus zu wohnen, das in Einzelzimmer für Oberstufenschüler umgebaut worden war. Die Türschlösser waren notorisch veraltet und hielten keiner Sicherheitsvorschrift stand. Es gehörte zu den offenen Geheimnissen, die eine Generation von Bewohnern an die nächste weiterreichte, wie man mit der Plastikkante des Schülerausweises jedes Schloss knacken konnte. Sie hoffte, dass die Tür zur bescheidenen Einzimmerwohnung der Lehrerin im Erdgeschoss dieselben Sicherheitsmängel aufwies. Ihre Hoffnung ging in Erfüllung. Sie steckte die Kante zwischen Türpfosten und Schloss, drehte die Karte mit einer geschickten Bewegung und das Schloss sprang auf. Der Zufall wollte es sogar, dass die Frau ihre Schreibtischlampe angelassen hatte, sodass Jordan sich zügig durch das Zimmer bewegen konnte, ohne über Möbel zu stolpern. Was sie suchte, musste entweder auf dem Schreibtisch oder in der Nähe des Telefons auf dem Nachttisch sein. Jordan brauchte gerade einmal anderthalb Minuten, um fündig zu werden. Es war eine Mappe mit blauem Deckel, der die Aufschrift »Vertrauliches Personalverzeichnis« sowie Name und Logo der Schule trug. Die Schüler hatten keinen Zugang zu diesem Verzeichnis. Wenn sie oder ihre ständig alarmierten Eltern jemanden in der Verwaltung oder vom Lehrkörper erreichen wollten, so fanden sie auf der Website E-Mail-Adressen und offizielle Telefonnummern. Die Informationen dagegen, die Jordan unter einem Stapel Hausarbeiten hervorzug, waren nicht für die Allgemeinheit gedacht. Sie blätterte darin, bis sie die Seite mit der Überschrift »Direktorat« fand. Neben der Bezeichnung »Verwaltungssekretärin« stand ein Name. Es folgten die Telefonnummern von Büro- und Privatanschluss sowie eine Adresse und praktischerweise in Klammern der Name eines Mannes, des Ehemanns der Sekretärin. Ihre Hand zitterte, als sie ihn las. »Bist du der Wolf?« Ein Moment lang drehte sich ihr der Kopf. Sie atmete ein paar Mal tief ein, um ihren jagenden Puls zu normalisieren und den verkrampften Magen zu beruhigen. Dann schrieb sie sich den Eintrag aus dem Verzeichnis mit schwarzem Filzstift auf die Hand. Sie traute sich nicht über den Weg, wenn es darum ging, einen Zettel sicher aufzubewahren. Diese Information trug sie lieber wie ein Tattoo auf der eigenen Haut. In Jordans Brust schlugen Ängste und Hoffnungen wie tosende Wellen aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander. Sie kämpfte tapfer gegen alle Emotionen an und mahnte sich, ruhig und umsichtig vorzugehen und das Verzeichnis genau an die Stelle zurückzulegen, an der sie es vorgefunden hatte. Sie überprüfte, ob sie in der Wohnung der Lehrerin auch nichts durcheinander gebracht und keinerlei Spuren hinterlassen hatte. Nicht einmal die Ausdünstung ihrer Angst. Es lag ein herber Geruch in der Wohnung, wie ein Hauch von beißendem Rauch. Sie schärfte sich ein, ebenso unbemerkt und leise hinauszukommen, wie sie eingedrungen war. Dass dich ja keiner sieht, Jordan, flüsterte sie sich innerlich zu. Mach dich unsichtbar. Für einen winzigen Augenblick konnte sie der Situation sogar etwas Komisches abgewinnen. Sie war eingebrochen und verhielt sich wie ein Dieb, beging einen derart schwerwiegenden Verstoß gegen die Schulvorschriften, dass sie, käme die Sache heraus, augenblicklich von der Schule fliegen würde. Dabei hatte sie nichts weiter gestohlen als eine kleine Auskunft. Die allerdings mochte bedeutsamer sein als alles, was sie je in Händen gehalten hatte. Was sie gestohlen hatte, war entweder völlig wertlos oder unbezahlbar. Sie schlich auf Zehenspitzen durchs Zimmer und legte das Ohr an die Tür. Sie hörte nichts. Wie ein Taucher, der sich ins schwarze Wasser stürzt, atmete sie einmal tief ein und drehte ganz langsam den Knauf. Seltsamerweise wünschte sie sich in diesem Moment, sie hätte ihr Filetiermesser mitgenommen. Sie beschloss es, von jetzt an immer griffbereit zu haben. Inzwischen coverte die Band She's So Cold von den Rolling Stones, eine passable Imitation von Mick, Keith und den übrigen bis hin zu den schmachtenden Bitten des Liedsängers. Die Gruppe hatte sich im größten Raum der Kunstgalerie in eine Ecke gezwingt. Gewöhnlich wurden hier Schüler, Lehrer und Alumni-Arbeiten ausgestellt, doch der weitläufige Bereich ließ sich leicht in einen Tanzboden umfunktionieren. Jemand hatte eine Deckenlampe durch eine riesige Silberkugel ersetzt, von der Lichtblitze in die dichte Schar der Tänzer zuckten. Die Musik heilte von den Wänden wieder, die Schüler drehten sich zu den Rhythmen oder rückten in einzelnen Trauben eng zusammen und versuchten sich trotz der ohrenbetäubenden Musik durch Zurufe zu verständigen. Es war heiß und laut. An der Wand stand ein Tisch, an dem zwei jüngere Lehrkräfte Plastikbecher mit verwässertem rotem Punsch austeilten. Ein paar andere Lehrer standen am Rande und warfen ein wachsames Auge auf die Schüler, um dafür zu sorgen, dass sich keine Paare heimlich Hand in Hand verdrückten, weil sie ihre eigenen Vorstellungen davon hatten, was sie mit dem Rest des Abends anfangen wollten. Die Lehrer standen auf verlorenem Posten. Jordan wusste, dass die Hitze im Raum unweigerlich zu intimem Kontakt führen würde. Irgendjemand ist morgen früh nicht mehr Jungfrau, dachte sie. Dreimal hatte sie sich mit Ellbogen diagonal durch die Horde kreisender, tanzender Schüler gekämpft, wobei sie ein-, zweimal selbst die Hüften geschwungen und mitgetanzt hatte, um unter den Partygästen nicht aufzufallen. Stets hatte sie dabei die Ausgänge und die Lehrer im Visier, die sich dazwischenwarfen, wenn zwei Schüler einen ruhigen, dunklen Schlupfwinkel suchten. Jordan hatte genügend Erfahrung mit diesen Tanzabenden, um die üblichen Abläufe zu kennen. Die Lehrer würden ein Paar entdecken, das versuchte, zusammen zu verschwinden, oder sie durchschauten, dass die Zehnklässlerin, die auf der rechten Seite frische Luft schnappen wollte, sich draußen mit dem Zwölftklässler treffen würde, der nach links verschwand. Sie wartete auf einen günstigen Moment. Als sie sah, wie ein Pärchen versuchte, einen Abgang zu machen, begab sie sich unauffällig hinter die beiden. Sie wusste, was jetzt folgen würde. Wo soll's denn hingehen, ihr zwei? kam prompt die Frage eines Lehrers. Immerhin waren die beiden so geistesgegenwärtig nicht länger Händchen zu halten. Kleinlaut und verlegen behaupteten sie, sie hätten nichts Unerlaubtes im Sinn, sie hätten doch gar nichts gemacht und keine Ahnung, was ihnen der Lehrer unterstellte. In diesem Moment schlüpfte Jordan zur Tür hinaus. Sie lief zügig durch den Flur. Mit jedem Schritt wurde die Musik hinter ihr leiser. Am Ende des Gangs blieb sie stehen. Rechts von ihr war eine Treppe, links ein weiterer Flur, der zu den Toiletten führte. Vor den Toiletten wachte jemand vom Personal, ein zu offensichtlicher Ort, um zu fummeln, sich eine Pille einzuwerfen oder Kokain zu schnüpfen. Die Jugendlichen, die den Tanzabend zu einem Joint nutzen wollten, waren ausnahmslos so klug, nach draußen zu gehen, damit die trainierten Spürnasen der Lehrer nicht den verräterischen Duft der Droge an ihnen rochen. Die Treppe nach rechts führte über zwei Stockwerke zu den Werkstatträumen hinunter. Jordan blickte sich um. Es war ihr zur zweiten Natur geworden, sich zu vergewissern, dass ihr niemand folgte. Dann rannte sie zwei Stufen auf einmal nehmend nach unten. Die Werkstätten würden im Viertelstundentakt von Lehrern inspiziert, da sie ein beliebtes Versteck zum Knutschen waren. Jordans Weg führte sie an diesen Hotspots vorbei ins Chemie- und Physikgebäude nebenan. Sie fühlte sich wie in einem Kriegsgefangenenlager bei dem Versuch, Lichtmasten und Wachposten zu umgehen. Es hatte seine Vorteile, im letzten Schuljahr zu sein. Bis dahin war man mit sämtlichen Marotten und Eigenheiten der Schule vertraut und wusste zum Beispiel, welche Türen nicht abgeschlossen waren. Jordan ließ die Klassenzimmer links liegen und lief eine Treppe zu den Laborräumen hinunter. Sie lagen nicht an den Hauptwegen und Innenhöfen der Schule, sondern gingen auf die Sportplätze hinaus. Es war dunkel, nur vom hell erleuchteten Kunstgebäude drang etwas Licht herüber. Hier drinnen war es still. Die einzigen Geräusche in unmittelbarer Nähe waren ihre Sportschuhe auf dem Boden und ihr eigener Atem. Alles andere war Rhythm and Blues und Rock and Roll von der Band im anderen Gebäude. An der dritten Labortür blieb Jordan stehen und drehte den Knauf. Hinter der Tür war es dunkel. Sie konnte die Konturen der Laborgeräte auf den breiten Tischen erkennen, an denen die Schüler ihre Experimente durchführten. Sie flüsterte, »Karen? Sarah?« Aus einem dunklen Winkel kam die Antwort. »Hier.« Schon der Raum wirkte konspirativ. Dunkle Schatten in jeder Ecke, fahles Licht vom benachbarten Kunstgebäude, die teils bizarren Formen der wissenschaftlichen Behälter, Geräte und Apparaturen. Diese Hexenküche bildete den passenden Rahmen, um böse Ideen und kühne Pläne auszuhecken. Es war viele Jahre her, seit Karen das letzte Mal ein Schullabor von innen gesehen hatte und auch Sarahs Lehrtätigkeit in den Naturwissenschaften, hatte sich auf das Studium von Enten, Fröschen und Tieren auf dem Bauernhof beschränkt. Jordan dagegen liebte diesen Raum, weniger aus wissenschaftlichem Eifer, sondern weil man darin seltsame Chemikalien und Substanzen zu übel riechenden Fehlschlägen oder explosiven Erfolgen zusammenbrauen konnte, was sich aus ihrer Sicht recht gut auf die Situation übertragen ließ, in der sie sich befanden. Außerdem machte ihr der Gedanke Mut, dass die Ordnung und die logischen Zusammenhänge, wie sie die Naturwissenschaften offenlegten, ihnen vielleicht bei der Planung der nächsten Schritte helfen könnten. Die drei Roten saßen im Schneidersitz auf dem Boden hinter einem langen Tisch. Sie beugten sich über Karens Laptop in ihrer Mitte, während Jordan verschiedene Informationen eintippte. »Hier«, sagte Jordan und zeigte auf den Bildschirm. »Google-Bilder muss man einfach lieben.« Aus dem Computer starrte ihnen das unscheinbare Konterfei eines Mannes im Alter von etwa sechzig Jahren entgegen. Um die Ohren hatte er graumilliertes, zotteliges Haar, das sich auf dem Schädel bereits gelichtet hatte, und er trug eine Schildpattbrille auf der Nase. Das Bild war vor einigen Jahren bei einer Lesereihe in einem Buchladen der Stadt entstanden. Er war offensichtlich knapp unter 1,80 groß und nicht wirklich korpulent, aber ebenso wenig der sportliche Typ. Das Bemerkenswerteste an ihm war seine Durchschnittlichkeit. »Meint ihr, das ist der Mörder?« fragte Jordan. »Ich hätte mir den Wolf völlig anders vorgestellt«, gestand Karen. »Wie sehen Mörder denn aus?« fragte Jordan. »Und wie sähe ein Wolf aus?« »Groß, stark, mit raubtierhaften Zügen?« »Das kann ich bei dem K. nicht sehen«, erwiderte Karen ruhig. »Er ist Schriftsteller, Krimis und Thriller.« rief ihnen Sarah ins Gedächtnis. »Sagt uns das was?« fragte Karen. »Naja, zunächst mal, dass er sich mit Verbrechen auskennt«, erwiderte Sarah. »Muss nicht jeder Krimischriftsteller, der gut genug ist, einen Vertrag für sein Buch zu finden, einiges darüber wissen, wie man ein Verbrechen begeht?« »Ja, vermutlich schon«, erwiderte Karen in etwas spitzem Ton. Aber er wüsste auch, wodurch sich Verbrecher erwischen lassen. Sie wandte sich zu Jordan. »Erzähl uns was über die Ehefrau«, sagte sie. »Ein Biest«, schnaubte Jordan. »Das besagt nicht viel«, warf Karen ein. »Doch«, widersprach ihr Sarah. »Die Frau sitzt im Vorzimmer des Direktors und kriegt die Zähne nie zu einem Lächeln auseinander«, führte Jordan ihre Beschreibung weiter aus. »Grüßt nicht. Macht jedes Mal ein pikiertes Gesicht, wenn der Direx einen antanzen lässt und zusammenscheißt, egal was man angestellt hat, als hätte man ihr ganz persönlich den Tag versaut.« »Du meinst nur, weil sie ein bisschen ruppig ist?« fing Karen an, sprach jedoch nicht weiter. »Teenager denken nun mal schwarz-weiß«, rief sie sich ins Gedächtnis. »Ein bisschen zu vereinfachend.« »Außer sie kommen plötzlich mit atemberaubenden, hellsichtigen Ideen und Beobachtungen.« Sie sah Jordan im Dunkeln an und versuchte zu ergründen, ob dies hier ein solcher Moment war. Jordan war von ihnen drein die wütendste. Selbst im Dämmerlicht dieses Raums sah Karen, wie das Gesicht des jungen Mädchens vor kaum bezähmtem Zorn glühte. Karen fürchtete, dass diese Wut Jordan zu einem Risikofaktor machte. Zugleich machte es sie so unwiderstehlich. Sie wurde nicht von Zweifeln geplagt, zumindest nicht soweit Karen das beurteilen konnte. Sie überlegte, ob sie selbst einmal wie Jordan gewesen war. Vermutlich konnte die Antwort nur »Ja« lauten, da die Grenze zwischen Wut und Zielstrebigkeit oft fließend war. Mit einem Schlag fühlte sie sich alt. Doch dann korrigierte sie sich. »Nein, das ist es nicht. Ich fühle mich entmutigt, weil ich daran denke, was wir vielleicht tun müssen.« »Ich bleibe dabei, die Frau ist ein Biest«, bekräftigte Jordan. Dann stockte sie einen Moment und in dieser Sekunde schnappte sie so heftig nach Luft, dass es im Labor wiederhalte. »Was hast du?« fragte Sarah. Plötzlich zitterte Jordan die Stimme, als wäre etwas Furchteinflößendes zu ihnen eingedrungen und lauerte fauchend und mit scharfen Krallen in einer Ecke. Der Wandel vom ungestüm, grimmigen Mädchen, an das sich die anderen beiden Roten gewöhnt hatten, hätte kaum krasser sein können. »Mir ist nur gerade bewusst geworden, dass das Biest zu jedem Basketballspiel kommt.« »Naja, aber was«, wollte Sarah nachhaken und löste damit einen aufgeregten Wortschwall aus. »Zu jedem Spiel. Ich meine, sie ist immer da, mitten auf der Tribüne. Ich habe schon tausendmal bemerkt, dass sie uns zusieht. Nur, dass ich bis jetzt angenommen habe. Uns. Vielleicht beobachtet sie eigentlich mich. Und wenn sie kommt, wette ich zehn zu eins, dass ihr Mann auch da ist. Direkt neben ihr.« »Und hast du ihn schon mal gesehen?« »Klar, sicher, wahrscheinlich. Aber woher sollte ich wissen, wer er ist?« Das leuchtete ein. »Und wartet, das ist noch nicht alles«, geriet Jordan immer mehr in Fahrt. »Im Büro des Direkts hat sie Zugang zu meiner Schulakte. Sie weiß haargenau, wann ich wo bin, ob ich Unterricht habe und welchen, ob ich beim Mittagessen in der Kantine bin, beim Basketballspielen oder in der Bibliothek. Die weiß so gut wie alles. Oder kann es sich zumindest mühelos zusammenreimen?« Sarah lehnte sich zurück. Sie war aufgewühlt. »Du fängst mit einer Sache an, stellst zu einer anderen Beobachtung einen Zusammenhang her, und in Nullkommanichts kommt einem alles bedeutsam vor, selbst wenn es noch so banal sein mag.« Für Jordan lag es plötzlich auf der Hand. Fiese Sekretärin, Ehemann, Basketball, ihr Weg zur Turnhalle, all die gescheiterten Termine mit der Psychologin, um sie wieder auf Kurs zu bringen. Wenn man das zusammennahm, war eine Linie darin zu erkennen. Jordan tippte plötzlich wie wild in die Computertastatur, und schon erschienen Fotos von den Einbänden der vier Romane, die der Mann geschrieben hatte. Die Umschläge waren reißerisch, suggestiv und schrill. Auf einem schwang ein Mann ein blutiges Messer, beim nächsten stach eine riesige Handfeuerwaffe auf einem Tisch ins Auge. Bei einem dritten lauerte eine schattenhafte Gestalt in einer schmalen Gasse. Bei diesem Bild lief Karen ein Schauder über den Rücken. Er hat seit Jahren nichts mehr veröffentlicht. Vielleicht ist er im Ruhestand, bemerkte Karen, ohne sich selbst ein einziges Wort davon zu glauben. »Sicher, könnte man aber auch anders sehen,« schnaubte Jordan. »Vielleicht wurde es ihm langweilig, nur über Mörder zu schreiben, und er wollte es mal in echt ausprobieren.« Die drei Roten schwiegen eine Weile. Jordans Bemerkung jagte jeder von ihnen auf unterschiedliche Weise Angst ein. Aus der Ferne hörten sie die Musik von der Tanzveranstaltung. Der pulsierende, stampfende Rhythmus stand in krassem Gegensatz zu ihren eigenen düsteren Gefühlen. »Und was machen wir jetzt?«, flüsterte Sarah. »Vielleicht ist er es, vielleicht auch nicht. Ich meine, was zum Teufel können wir unternehmen? Was haben wir für Optionen?« wiederhüllten sich die drei Frauen in Schweigen. Karen, die Organisatorin unter ihnen, nahm sich mit ihrer Antwort ein paar Minuten Zeit. »Erste Möglichkeit, wir tun gar nichts.« »Genialer Plan,« fiel ihr Jordan ins Wort. »Und warten, bis ihr uns abmurkst?« »Hat er schließlich noch nicht. Hat er vielleicht nicht einmal vor. Nicht auszuschließen, dass das alles nur ... keine Ahnung.« Sie deutete mit der Hand vage auf die Ausstattung des Labors. »Ein abartiges Experiment ist, eine bizarre Idee, auf die nur ein Schriftsteller verfallen kann, und ...« Sie sprach den Satz nicht zu Ende. »Außer seiner eigenen Aussage haben wir keinerlei Beweis dafür, dass der Wolf uns umbringen will.« »Blödsinn! Er hat uns monatelang beobachtet und ...«, warf Sarah ein. »Und was ist mit deinen toten Katzen?«, fiel Jordan ein. »Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass sie tot sind. Ich weiß nur ...« Karen wusste, dass sie das Gegenteil von dem sagte, was sie glaubte. »Blödsinn!«, unterbrach sie Jordan wie ein Echo von Sarah. »Und das weißt du ganz genau!« Sie hatten recht. Doch Karen fuhr mit ihren an den Haaren herbeigezogenen Argumenten und ihrer Verdrehung der Tatsachen fort. »Vielleicht geht es ihm nur darum. Vielleicht steht er darauf, uns jahrelang zu verhöhnen und zu bedrohen.« Jordan schüttelte aus tiefster Überzeugung den Kopf. Jeder von diesen Seelenklempnern, zu denen mich meine Alten über die Jahre geprügelt haben, hätte gesagt, das ist reine Verdrängung. Und dazu haben sie dieses gottverdammte Grinsen aufgesetzt, als wäre das eine spitzenmäßige Weisheit und das beste Rezept, um mich augenblicklich auf Vordermann zu bringen. Hör auf zu verdrängen! Und schon bist du angepasst, glücklich und stinknormal, als ob es das irgendwo auf der Welt gäbe. Karen und Sarah waren dankbar für die Dunkelheit im Raum, weil sie beide trotz ihrer Ängste schmunzeln mussten. Genau das gefiel Karen an Jordan. Wenn sie das hier einigermaßen unbeschadet übersteht, dachte sie, wird etwas ganz Besonderes aus ihr. Das Wörtchen »wenn« bereitete ihr beinahe physische Schmerzen, wie ein Magenkrampf oder ein Schlag ins Gesicht. »Also nichts tun und abwarten, ob er uns umbringt, ist eine Option«, nahm Sarah ihren Gedanken wieder auf. »Noch eine Idee?« »Wir könnten es mit Konfrontation versuchen«, sagte Karen, »und sehen, ob ihm das Angst macht.« »Du meinst«, warf Jordan ein, »wir klopfen bei ihm an die Tür und sagen, »Halli, hallo, wir sind die drei Roten, eine von uns hat schon ihren Tod vorgetäuscht, aber wir wären ihnen doch ausgesprochen dankbar, wenn sie ab jetzt bitteschön nicht mehr sagen würden, dass sie uns umbringen wollen.« »Also das ist mal ein Plan, den wir alle voll und ganz unterstützen können.« Jordans Sarkasmus schien von den Wänden wiederzuhallen. Sarah nickte. »Wenn wir das tun oder etwas Vergleichbares, ihm zum Beispiel stecken, dass wir wissen, wer er ist, zwingen wir ihn geradezu, etwas zu unternehmen, sein Vorhaben vielleicht sogar zu beschleunigen. Denkt nur an all die Filme, in denen die Kidnapper der Familie des Opfers sagen, keine Polizei, und entweder tun sie es doch oder sie lassen es bleiben, aber so oder so können sie es nur falsch machen. Denn in jedem Fall setzen sie die Entführer unter Druck. Es ist, als hätte uns jemand entführt.« »Und noch was«, fügte Jordan hinzu. »Wenn wir ihn einfach nur zur Rede stellen, geben wir jeden Vorsprung, den wir haben, aus der Hand. Er leugnet einfach, dass er der Wolf ist, knallt uns die Tür vor der Nase zu, und wir fangen von vorne an. Vielleicht sind wir dann morgen oder die Woche drauf oder meinetwegen nächstes Jahr tot. Vielleicht schmiedelt er lediglich einen neuen Plan, und auch dann stehen wir wieder am Anfang. »Jedenfalls machen wir die Ungewissheit in unserem Leben nur noch schlimmer.« Karen legte einen Moment den Kopf in die Hände. Sie stocherte im Nebel verschiedener Möglichkeiten. Es war, als sichtete sie die Symptome eines schwer kranken Patienten. Ein falscher Schritt, eine Fehldiagnose konnte für den Patienten tödlich sein. »Wir wissen nicht mit absoluter Sicherheit, dass er der Wolf ist«, sagte sie. »Wie können wir etwas unternehmen, wenn wir diese Gewissheit nicht haben?« Sie wunderte sich selbst ein wenig über den zögerlichen Ton, der sich bei diesem Einwand eingeschlichen hatte. Sie versuchte aggressiv, entschlossen zu sein. Es fiel ihr schwer. Es kam ihr so vor, als hätte sie einen Witz gemacht, der beim Publikum nicht ankam, und statt dass die Leute darüber lachten, verspotteten sie Karen. Jordan zuckte die Achseln. »Und? Wir sind doch kein Gericht. Wir haben auch nicht vor, mit einer irren Geschichte über anonyme Briefe und einen Wolf, der uns die ganze Zeit hinterherschleicht, zur Polizei zu gehen, damit die uns für vollkommen übergeschnappt halten.« Jordans Worte überschlugen sich. »Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren«, dachten die anderen beiden Roten. »Es geht doch entscheidend darum, ihm ein Stück voraus zu sein, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Und da fällt mir nur eins ein, was wir tun können.« Karen wusste, was Jordan sagen wollte, doch sie ließ sie ausreden. »Wir schlagen ihn mit seinen eigenen Waffen.« »Und wie?«, fragte Sarah, obwohl sie die Antwort kannte. Sie machte ihr einfach nur Angst. Karen lehnte sich zurück und spürte, wie sich ihre Muskeln vom Kopf bis in die Zehenspitzen verspannten. Das letzte bisschen Vernunft zwang sie, etwas zu sagen. »Wir können nicht da auftauchen und ihn töten. Einfach so, indem wir uns an seiner Haustür postieren, bis er rauskommt, um die Morgenzeitung reinzuholen. Wir knallen ihn ab und versuchen zu verschwinden? Oder vielleicht in Mafia-Manier aus einem vorbeifahrenden Auto? Das passt nicht zu uns. Wir kämen alle hinter Gitter, weil das keine Notwehr ist, sondern Mord. Und soweit mir bekannt ist, sind wir alle drei keine Meister genoven.« Ihr Sarkasmus klang um einiges schwächer als Jordans Teenager-Version. »Wie kriegen wir es hin, dass es Notwehr ist?«, fragte Sarah. »Ich meine, wie stellen wir ihm eine Falle? Warten wir, bis er versucht, uns umzubringen? Nur, dass er vielleicht längst dabei ist?« »Keine Ahnung«, antwortete Karen. »Keine von uns hat in so etwas Erfahrung.« »Bist du dir da sicher?« Sarah versuchte gar nicht erst, die Frustration in ihren Worten zu überspielen. »Wir haben meinen Tod vorgetäuscht. Wir haben doch alle zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben manipuliert, intrigiert, was weiß ich. Das tut jeder. Jeder lügt, jeder schummelt. Jedes Kind lernt das. Wir müssen etwas machen, inszenieren, mit dem der Wolf im Traum nicht rechnet. Wieso sollte uns das nicht gelingen?« »Was verstehst du unter etwas?«, fing Karen an. Doch Sarah unterbrach sie. »Etwas, das für ihn völlig unerwartet kommt.« »Und was?« »Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass alles, was er tut, selbstverständlich voraussetzt, dass wir uns wie nette, normale, vernünftige und freundliche Menschen benehmen?« Waren wir einfach auf, zu tun, was zu uns passt, was uns entspricht, oder dem, was wir mal waren.« Die drei Roten schwiegen eine ganze Weile. »Ich will ihn umbringen,« sagte Jordan gedehnt in die tödliche Stille hinein. »Ich will, dass es endgültig vorbei ist. Und mir ist alles egal. Hauptsache wir handeln, und zwar schnell. Und Gefängnis ist immer noch besser als das Grab.« »Bist du dir da sicher?«, fragte Karen. Jordan schwieg. »Gute Frage«, dachte sie und beantwortete sie im nächsten Moment mit der klassischen Reaktion Jugendlicher auf alle großen Zweifel. »Ach, scheiß drauf.« »Aber wie?«, fragte Sarah eindringlich. »Was sollen wir tun?« Sie konnte nicht fassen, dass sie tatsächlich einem Mord zustimmte. Sie war sich nicht einmal ganz sicher, dass von Mord die Rede war. Nur, dass es ganz danach klang. Es kam ihr so vor, als verflüchtige sich in der dunklen Hexenküche des Chemielabors jeder rationale Gedanke. Karen wollte etwas sagen, hielt aber plötzlich inne. »Steckt eine Mörderin in dir?«, fragte sie sich. Sie kannte die Antwort nicht. Sie wusste nur, dass sie es sehr bald herausfinden würde. Jordan nickte. Sie tippte einige Zahlen in die Suchmaschine auf dem Laptop ein. Ein Google-Earth-Bild von einem bescheidenen, unauffälligen Vorstadthäuschen in einem durchschnittlichen Viertel erschien auf dem Bildschirm. Jordan klickte Street View an und schon liefen sie die Straße auf und ab, in der die Sekretärin mit ihrem Schriftsteller wohnte. Sie ähnelte Sarahs ehemaligem Wohnviertel. Ordentliche, weiße Schindelhäuser mit gepflegten Garten. Es war der Allerweltstil in Neuengland. Kein Motiv für Ansichtskarten oder Reisebroschüren, die mit stattlichen alten Villen oder Bauernhäusern aufwarteten. Hier handelte es sich um Häuser, die vor 30 Jahren gebaut worden waren und von der zweiten oder dritten Generation einer Arbeiterfamilie, für die das Eigenheim Teil des amerikanischen Traums vom sozialen Aufstieg war, liebevoll in Schuss gehalten wurden. In solchen Wohngegenden gingen die Leute Freitagabends zur örtlichen Highschool, um die Football-Mannschaft anzufeuern, und sonntags gab es nach dem Kirchgang Hackbraten zum Mittagessen. Hier lebten die glühendsten Fans der Red Sox und der Patriots, auch wenn sie sich die sündhaft teuren Eintrittskarten, wenn es hochkam, einmal im Jahr leisten konnten. Ihre Kinder wuchsen mit der Hoffnung auf, einen guten Job mit Flächentarifvertrag zu bekommen, sodass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, es aber ein bisschen weiterbringen würden, genauso wie ihre Eltern es ein bisschen weitergebracht hatten als die Generation vor ihnen. Solche Viertel, solche Häuser waren der Inbegriff dessen, was in Amerika gleichzeitig gut und falsch lief, denn hinter den kurzgemähten Rasenflächen und frisch gestrichenen Aluminiumverkleidungen verbargen sich mehr als ein paar Alkohol- und Drogenprobleme, häusliche Gewalt und andere Bedrängnisse, die sich so oft unter der trügerischen Oberfläche der Normalität finden. Die drei Roten sahen sich die Bilder vom Haus und von der Straße aus allen Perspektiven an und versuchten nachzuvollziehen, wie der Wolf, wie das personifizierte Böse, an einem solchen Ort leben und gedeihen konnte. Es schien unmöglich, dass dort ein Mörder wohnte. Rote 1 dachte, das sind die Leute, die zu mir in die Praxis kommen, wenn sie krank sind. Rote 2 dachte, die sind wie ich. Rote 3 dachte, mich trennen Welten von diesen Leuten. Sie würden mich hassen, wenn sie meine Privatschule, meine teuren Klamotten und mein reiches Elternhaus sehen würden. Sarah meldete sich als Erste zu Wort. Ich weiß zwar nicht, ob der Wolf da tatsächlich wohnt, aber im Moment haben wir keine anderen Anhaltspunkte, keine anderen Ideen. Wie die Dinge liegen, kommt nur eher in Frage. Ich denke, da sollten wir hin. Ich stimme dir zu, sagte Karen. Wisst ihr was? sagte Jordan leise. Als das Rotkäppchen dem bösen Wolf gegenübersteht, macht es nicht kehrt und rennt weg, sondern stellt ihm konkrete Fragen. Was hast du für große Zähne, Großmutter? Die anderen schwiegen. Wir müssen dem Schriftsteller und seiner Frau ein paar harte Fragen stellen. Wir dürfen nicht länger warten. Wir können uns keinen Aufschub leisten. Jede Minute, die verstreicht, ohne dass wir etwas unternehmen, gibt dem Wolf die Gelegenheit, uns in die Enge zu treiben. Wir müssen den Spieß umdrehen, und zwar von diesem Augenblick an. Wir müssen die Situation beherrschen. Wenn wir auch nur eine Sekunde länger warten, kann es zu spät sein. Eigentlich ist es von Anfang an so gewesen, und wir haben unser Glück ein bisschen überstrapaziert. Was hast du für große Zähne, Großmutter? Wir müssen die Frage so stellen, dass die zwei uns unmöglich anlügen können. Dann kriegen wir die Wahrheit aus ihnen raus. Und dann wissen wir auch, was wir tun müssen. Denn wenn wir erst mal so weit sind, wird es auf der Hand liegen. Sie schwieg einen Moment und flüsterte, Keine Lügen, keine Lügen, keine Lügen mehr, von jetzt an. Wie können wir das sicherstellen? fragte Sarah. Wie stellt man eine Frage, die der andere nicht mit einer Lüge beantworten kann? Sie wusste die Antwort selbst. Genau wie Karen. Jordan griff nach unten und hatte plötzlich das Messer in ihrer Hand. Die dünne, scharfe Klinge fing einen matten Streifen Licht auf, das durch eins der Laborfenster hereindrang, und schimmerte wie Quecksilber. Rote 1 kam es so vor wie die Arbeit an einer ausgefallenen Bühnennummer für ein eigenwilliges Publikum. Für Rote 2 war es wie eine Pappmaché-Bastelei mit Klebeband und Faden. Rote 3 fühlte sich, als büffelte sie für eine schwierige Prüfung in einem Fach, das sie zu oft geschwänzt hatte. Keine von ihnen nannte ihr Vorhaben beim Namen. Sie bereiteten sich darauf vor, einen Menschen zu töten. Zu diesem Zweck hatten sie verschiedene Aufgaben unter sich verteilt, sodass jede mit etwas anderem betraut war. Die Idee kam von Karen, und sie hatte darauf bestanden, obwohl sie den anderen beiden Frauen nicht einmal hätte erklären können, wieso. Für sie war diese Art von Teamarbeit einfach naheliegend und irgendwie demokratisch. Keine der Drei Roten ahnte, dass der böse Wolf diesen Aspekt ihres hastig zusammengeschusterten Plans nicht nur höchst amüsant, sondern auch überaus clever gefunden hätte. Er hätte bewundert, welche Verwirrung drei Menschen, die unabhängig voneinander einen gemeinsamen Mord vorbereiteten, zwangsläufig bei den späteren Ermittlern stiften würden. Der böse Wolf hatte unterdessen seinen eigenen Plan perfektioniert und vereinfacht. Er fühlte sich an das Brettspiel erinnert, das in jedem Spielzimmer, in jedem Ferienhaus auf irgendeinem Regal Staub ansetzte. Cluedo. Nur, dass es hier nicht um Dennis Ghetto mit dem Leuchter im Speisezimmer gehen würde. In seinem Fall würde der Wolf mit dem Jagdmesser kommen, wenn sie am wenigsten damit rechneten. Tatsächlich hatte der Wolf eine Phase des Mords erreicht, die an Zen erinnerte. Die Deutung war wichtiger als die Taten selbst. Als er vor Erregung zappelnd an seinem Computerbildschirm hockte, kam ihm der Gedanke, im Grunde sind sie schon tot. Viel wichtiger sind die Worte, die das Geschehen begleiten. Es geht darum, den Leser auf diese Reise mitzunehmen. Wenn wir zu den eigentlichen Morden kommen, muss er selbst in Versuchung sein. Statt sich abgestoßen zu fühlen, soll er Lust empfinden. Es muss so ähnlich sein wie bei einem Unfall auf der Autobahn, an dem man zufällig vorbeikommt. Man kann einfach nicht wegsehen, obwohl man weiß, dass diese morbide Neugier kein besonders ehrenwerter Zug ist. Die drei Roten und der böse Wolf hatten denselben Entschluss gefasst. So schnell wie möglich zu töten. Für alle hing die Zukunft davon ab. Jordan verließ am späten Nachmittag die Bibliothek mit einem Exemplar von Truman Capote's »Kaltblütig« im Rucksack. Ihr Interesse galt nur den ersten Kapiteln, die sie zweimal gelesen hatte, bevor sie in der Buchmitte nachgelesen hatte, was Perry Smith und Richard Hickok zu Fall brachte. Außerdem hatte sie sich in der bescheidenen Filmsammlung der Schule umgesehen und die Originalversion von Sam Packingpass »Wer Gewalt sät« sowie die erste Staffel von Wes Cravens »Scream« in einem Fach entdeckt. Die Ausleiher musste auf einem Formular notiert und unterschrieben werden, doch als sie schon zu ihrem Namen ansetzte, wurde ihr bewusst, dass sie diese Vorschrift besser ignorierte. Kaum war sie in ihrem Zimmer, legte sie den ersten Film ins Laufwerk ihres Computers ein und zückte einen Block, um sich Notizen zu machen. Zuvor hatte sie Stunden über Beiträgen im Internet gebrütet, in denen die unterschiedlichsten Verbrechen beschrieben wurden, die eine Gemeinsamkeit besaßen. Es ging um willkürlichen Mord. Jordan schärfte sich ein, am Ende alles zu vernichten, was sie aufgeschrieben hatte. Als im Film das idyllische ländliche England auf ihrem Bildschirm erschien, wusste sie, dass sie später auch ihren Laptop demolieren musste. Sie hielt den Film an und schrieb in Eile eine E-Mail an ihre getrennt lebenden Eltern. Mom und Dad, mein verdammter Computer bleibt irgendwie ständig hängen und gerade eben habe ich eine wichtige Hausarbeit, an der ich die ganze Zeit arbeite, verloren und ich muss noch mal von vorne anfangen, sodass ich vielleicht den Termin nicht schaffe und eine schlechtere Note bekomme. Ich schicke euch diese E-Mail vom Laptop einer Freundin. Ich brauche so schnell wie möglich einen neuen Laptop, so kurz vor dem Examen. Ich kann mir heute einen im Einkaufszentrum besorgen mit einer Kreditkarte von euch, okay? Sie wusste, dass ihr weder ihre Mutter noch ihr Vater die Bitte abschlagen würde. Vielmehr würden sie sich freuen, überhaupt von ihr zu hören und sei es auch nur die Nachricht, dass sie 2000 Dollar springen lassen mussten. Die Idee mit der Hausarbeit fand sie clever, da sie ihr nie etwas verweigern würden, das über das Bestehen eines Kurses entschied. Im Übrigen gab ihnen Jordans Anliegen vielleicht Zündstoff für einen neuen Streit und so sollten sie ihr dankbar sein. Der Laptop, den sie vor sich hatte, hatte Spuren auf seiner Festplatte, die den Fingerabdrücken an einem Tatort in nichts nachstanden. Jordan grinste und wandte sich wieder dem Film zu. Der Gedanke, dass sie gerade zur Straftäterin wurde, hatte etwas. All die harte Arbeit und die Büfelei zahlt sich endlich aus. Drei Paar Herren Sportschuhe in drei verschiedenen Größen. Gleiche Marker, gleiches Modell. Jedes in einem anderen Sportgeschäft gekauft und bar bezahlt. Ihre Einkaufsliste war lang und die Vorsichtsmaßnahme, sich scheinbar spontan für einen Artikel zu entscheiden, machte es noch komplizierter. Normalerweise hätte sie sich bei diesen Erledigungen und den umständlichen Methoden, die sie entwickelt hatte, um keine Spuren zu hinterlassen, an den Kopf gefasst. Doch jetzt war unberechenbares, widersinniges Verhalten eine Stärke. Sie sah den Ermittler Vorsicht, der sich am Kinn kratzte, wenn er hörte, dass ein Mörder denselben Artikel in drei verschiedenen Geschäften gekauft hatte, statt alle drei in einem. Das ging auf einen Vorschlag von Jordan zurück. Tut nichts, was auf den ersten Blick logisch ist. Der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland, wo die Herzkönigin brüllt, Ihre Köpfe ab, der Ausspruch der Geschworenen nachher! Sarah sah sich in der alltäglichsten Einrichtung Amerikas, dem Einkaufszentrum, um und hatte das Gefühl, in eine Welt geraten zu sein, in der alles auf dem Kopf stand. Ich bin eine Tote, die Dinge kauft, um damit zu töten. Die Situation war so absurd, dass sie plötzlich einen Lachanfall bekam, sodass sie sich einige irritierte Blicke einfing, bevor sie sich erneut ihren Pflichten zuwandte. Sarah arbeitete systematisch die Liste ab, die ihr zugefallen war. Sie kaufte die erste schwarze Sturmmütze in einem Sportgeschäft, das sich auf Kletterausrüstung und Kajaks spezialisierte. Im selben Geschäft besorgte sie drei identische Sets, schwarze, knöchellange Synthetikunterwäsche, sowie drei kleine, starke Taschenlampen. Bei der Konkurrenz erstand sie zwei weitere Sturmmützen. Auch die Fischkeule besorgte sie. Ein 45 Zentimeter langer Holzknüppel mit einem Lederriemen, den man sich ums Handgelenk schlang, mit dem Sportangler besonders große, wehrhafte Fische bezwangen. Weiter ging es in einen Laden für Trikots und Ballettkleidung, in dem sie drei Paar Tanzschläppchen erwarb. In einem Haushaltswarengeschäft fand sie eine Rolle graues Isolierband, ein Schraubenzieher-Set und einen schweren Gummihammer. Anschließend kehrte sie wie aus einer plötzlichen Eingebung heraus zu dem ersten Sportartikelgeschäft zurück und kaufte drei schwarze Kapuzen-Sweatshirts. In einem nahegelegenen Spezialgeschäft für Koffer und Taschen entschied sie sich für die drei billigsten kleinen Matchbeutel aus Segeltuch, die sie vorrätig hatten. Einen in blau, einen in gelb und einen in grün. Als Sarah in das Gewimmel der Käufer trat, deren übergroße Einkaufstüten, von billigen Kleidern made in China bis zu elektronischen Geräten made in Hongkong, vollgestopft waren mit allem, was das Herz begehrte, vollführte sie eine kleine Pirouette. Falls jemand sie deswegen anstarrte, konnte sie damit leben. Sie fühlte sich frei. Im Unterschied zu den anderen beiden Roten konnte sie jederzeit flüchten. Es war zum Brüllen. Für eine neue Identität und eine neue Zukunft war sie nur eine kleine Gegenleistung schuldig. Mord. Die Gleichung hatte etwas. Tod spendet Leben. Irgendwie leuchtete ihr die Logik sogar ein. Auch wenn es vielleicht nicht der klügste erste Schritt zu einem Neuanfang war, richtete sie sich, je mehr ihr Leben als Sarah verblasste, in einer Welt ohne Vergangenheit ein. In dieser Welt verband sie nichts als zwei rothaarige Frauen, die ihr noch vor kurzem fremd gewesen waren. Inzwischen aber vertrauter waren als ihre engsten Freunde von einst und ein Mann, der sich für den Wolf im Märchen hielt. Sie griff in eine ihrer Einkaufstüten und legte die Hand um die Keule. Sie hatte ein ordentliches Gewicht und eine glatte Oberfläche. Sie fühlte sich tödlich an. Sarah grinste. Sie selbst fühlte sich auch todbringend. Falls ihr mich sieht, sind wir dran. Das war der einzige klare Gedanke, den Karen in ihrer Angst fassen konnte. Sie saß einmal wieder in einem Leihwagen. Trotz des grau verhangenen Nachmittags trug sie eine Sonnenbrille. Ihr auffälliges rotes Haar hatte sie unter einer Skimütze versteckt. In der rechten Hand hielt sie die Videokamera, die linke war am Lenkrad. Auf der Beifahrerseite hatte sie die Scheibe heruntergelassen und während sie langsam durch die Straßen in unmittelbare Nachbarschaft des Hauses fuhr, in dem der böse Wolf wohnte oder auch nicht, hielt sie die Kamera hoch und filmte die Umgebung. Sie wusste, dass ein ruckelndes, unprofessionelles Video herauskäme, von dem einem schwindelig werden konnte, dennoch würde es den anderen beiden vermutlich dabei helfen, das Viertel kennenzulernen. Nur wenige Häuser von seinem Domizil entfernt fuhr sie an den Bordstein. Sie vergewisserte sich, dass in beiden Richtungen niemand auf der Straße war. Observation war wichtig, doch nicht annähernd so sehr wie Geheimhaltung und das Überraschungsmoment. Die Aufnahme vom Haus machte sie aus sicherer Entfernung. Karen merkte, wie ihr das Herz bis zum Halse pochte und sie ermahnte sich, nachher darf dir das nicht passieren. Ihr zitterten die Hände und sie sah voraus, wie die anderen Roten, wenn sie ihnen das verwackelte Video zeigte, merken würden, wie groß ihre Angst war und das beunruhigte sie umso mehr, da sie jetzt einen eisernen Willen brauchte. So geht das nicht, dachte sie. Ich bin diejenige, die alles unter Kontrolle haben sollte. Ihren Doktortitel trug sie nur mehr für das Spezialgebiet Zweifel. Vielleicht auch die Fachrichtung Tod? Ein Stück die Straße hinunter sah sie einen Teenager aus einem der Häuser kommen und in einen unscheinbaren, silberfarbenen Pick-up steigen. Der Junge hatte nicht das Geringste mit ihr und der Situation zu tun, doch er machte ihr trotzdem so viel Angst, dass sie sich wegduckte und, kaum dass er an ihr vorbeigerast war, Vollgas gab und so schnell sie konnte aus dem Viertel fuhr. Die ganze Zeit hatte sie das Gefühl, dass ihr jemand folgte. Mehr noch, dass sich Augen in ihren Rücken und den Hinterkopf brannten. Erst als zwischen ihr und dem Haus einige Meilen lagen, normalisierte sich ihr Atem und sie merkte, dass sie in eine ihr völlig unbekannte Gegend geraten war. Sie hatte sich verfahren. Sie brauchte fast eine Stunde, bis sie wieder auf Straßen kam, die sie kannte, da sie nicht daran dachte, anzuhalten und jemanden nach dem Weg zu fragen. Eine weitere Stunde verging, bis sie den Leihwagen zurückgegeben und mit ihrem eigenen Auto im Dunkeln nach Hause gefahren war. Sie bog in ihre Einfahrt und tauchte in das Wäldchen ein, das ihr Haus von der Straße aus verbarg. Mehr als je zuvor hasste sie die isolierte Lage ihres Heims. Sie hielt davor an. Die automatische Beleuchtung ging an. Sie war drauf und dran, den Motor abzuschalten und ins Haus zu eilen, doch plötzlich zögerte sie und geriet fast in Panik, als ihr bewusst wurde, dass ihr Hort, an dem sie sich geborgen fühlen sollte, zugleich ihre größte Bedrohung war. Im selben Moment legte Karen energisch den Rückwärtsgang ein und wendete mit quietschenden Reifen. Sie fuhr wie bei einer Verfolgungsjagd, auch wenn auf den Landstraßen, die sie nahm, kein anderes Fahrzeug zu sehen war. Ihr war, als wäre es dem Wolf gelungen, alle anderen zu töten außer ihr. Sie war allein auf der Welt, die letzte Überlebende, die auf das Unvermeidliche wartete. Sie schrie aus Leibeskräften und ihre schrille Stimme halte so laut durch das Wageninnere, dass es ihr noch mehr Angst einflößte. Als sie ihre Gefühle halbwegs unter Kontrolle hatte, wechselte sie auf eine der größeren Highways. Binnen Sekunden sah sie ein Schild. Tankstelle, Raststätte, Hotel. Das Motel, das an der Ausfahrt lag, gehörte zu einer landesweiten Kette. Der Parkplatz war nicht voll besetzt. Es stand nur eine einzige Angestellte an der Rezeption. Sie wirkte jung, vielleicht eine Praktikantin, die nach dem Collegeabschluss eine Ausbildung in Betriebsführung machte und zu deren Aufgaben es gehörte, auch ihre Überstunden mit einem unerschütterlichen, gewinnenden Lächeln zu absolvieren, egal wie müde sie war. Die junge Frau erledigte die üblichen Formalitäten und fragte Karen, ob sie ein King-Size-Bett oder zwei Doppelbetten wünschte. Karen flüchtete sich in nervösen Sarkasmus. Ich kann nicht in zwei Betten gleichzeitig schlafen, antwortete sie. Die junge Frau lachte. Da haben Sie recht. Also ein King-Size? Karen reichte ihr die Kreditkarte. Das war gefährlich. Es dokumentierte ihren Aufenthalt, doch daran war nun nichts zu ändern. Eine Nacht? fragte die junge Frau. Karen rieselte es kalt über den Rücken. Nein, zwei, geschäftlich. Die Frau am Empfang schien nicht zu bemerken, dass Karen kein Gepäck dabei hatte, sondern nur eine Computertasche. In dem kleinen, bedrückend ordentlichen und keimfreien Motelzimmer gönnte sich Karen als erstes eine heiße Dusche. Sie fühlte sich schmutzig, verschwitzt. Sie überlegte, ob man sich vor Angst schmutzig fühlen konnte. Es schien ihr wesentlich plausibler, dass ihr vermeintlicher Körpergeruch von der Nähe eines Menschen kam, indem sie alle den Wolf vermuteten. Mit nassen Haaren und in ein großes Handtuch gewickelt, trat sie an den kleinen Schreibtisch im Zimmer und holte ihren Comedy-Computer aus der Tasche. Mit den Witzen ist es vorbei, dachte sie und begann ihre Suche auf eine Reihe von Immobilienportalen wie Trulia und Zillow und wechselte dann zu anderen Websites, die von großen Hypothekenbanken unterhalten wurden. Sie brauchte nicht lange, um das Haus zu finden, in dem die Sekretärin und ihr Mann wohnten. Eines dieser Portale lieferte sogar die dazugehörigen Innenfotos und eine virtuelle Führung dazu. Wie ein potenzieller Käufer betrachtete sie die Fotos auf dem Bildschirm und folgte der Kamera durchs Haus. Eingangstür, nach rechts, Wohnzimmer, Wohnküche, Arbeitszimmer im Erdgeschoss, die Treppe hoch ins Obergeschoss, zwei kleine Schlafzimmer, perfekt für die junge Familie und ein Elternschlafzimmer mit angrenzendem Bad, ausgebautes Kellergeschoss, sie starrte auf die Fotos, bescheidene Vorstadtidylle mit Neu-England-Schaum, das große Versprechen an die amerikanische Mittelschicht, der Traum vom Eigenheim. Sie fand sogar heraus, wie viel die Sekretärin und ihr Mann im Vorjahr an Grundsteuer gezahlt hatten. Der Anblick des Hauses, dem sie einen Besuch abzustatten gedachten, weckte eine Assoziation. Ein alter Rocksong, der oft auf den Radiosendern mit den Golden Oldies lief. Im Takt zu der Musik in ihrem Kopf murmelte sie »Monday, Monday, can't trust that day«. Karen ignorierte die Warnung und schickte eine SMS an die anderen beiden Roten. »Morgen, 14 und 2.« »Das sollte reichen.« »Sie würden wissen, wie die Zeitangabe zu verstehen war.« Er führte sie zum Mittagessen aus, ein unverhofftes Vergnügen. Mrs. Böser-Wolf ließ auf ihrem Schreibtisch Lehrergutachten und Disziplinarberichte zurück, die in die entsprechenden Aktenordner einzuheften waren. Sie legte die langatmige Analyse eines Kuratorenkomitees über mögliche neue Einnahmequellen beiseite, sowie ein Schreiben vom Fachleiter für Englisch mit einer ausführlichen Begründung, weshalb das Angebot in seinem Fach über die traditionelle Literatur von Dickens bis Faulkner hinaus im Kurse über moderne Kommunikationsmittel wie Twitter und Facebook erweitert werden müsse. Glücklich traf sie sich mit ihrem Mann in einem chinesischen Restaurant in der Innenstadt, wo sie zu scharf gewürzte Gerichte aßen und dünnen grünen Tee dazu tranken. Sie hegte die Vermutung, dass er einen besonderen Grund hatte, mit ihr essen zu gehen, denn wie in jeder langjährigen Ehe bekamen spontane Gesten der Zuneigung immer größeren Seltenheitswert, doch das machte ihr nichts aus. Sie ließ sich die gedünsteten Klöße in Miso-Soße auf der Zunge zergehen. Die Kellnerin kam und fragte, ob sie ein Dessert bestellen wollten. »Ich denke, ein Eis«, sagte der böse Wolf und sah seine Frau an. »Nein, nichts Süßes, muss auf die Figur achten.« »Och, komm schon«, sagte er in neckendem Ton. »Einmal ist keinmal.« Sie lächelte. Er griff über den Tisch und nahm ihre Hand. »Wie Teenager«, dachte sie. »Also gut«, sagte sie lächelnd zu der Kellnerin, »dann nehme ich auch ein Eis.« »Vanilie, nichts Besonderes«, sagte der böse Wolf. »Wir sind ein bisschen fade.« Der Witz ging an der Kellnerin vorbei und so lachten sie miteinander, als die Bedienung fort war. Er ließ ihre Hand nicht los, sondern beugte sich über den schmalen Tisch zu seiner Frau vor. »In den nächsten Tagen«, sagte er so vage, wie er konnte, aber mit einem verhaltenen Grinsen im Gesicht, »stelle ich vielleicht meinen Tagesrhythmus ein bisschen um. Möglicherweise stehe ich früh auf oder bleibe abends länger weg, bin nicht immer zum Essen zurück.« »In Ordnung«, sagte sie und nickte. »Kein Grund zur Sorge. Ich bin auch nicht besorgt. Ist es wichtig?« »Letzte kleine Recherchen.« Sie lächelte. »Die letzten Kapitel?« Statt einer Antwort kam ein noch strahlenderes Lächeln, was sie als ein Ja verstand. Es war ihr Recht. Kreativität hält sich nicht an Bürozeiten. Sie sah ihn an. Tief in ihrem Innern formte sie Worte, in denen sich Zweifel und Ängste artikulierten. Wird er töten? Mit erstaunlicher Wendigkeit wich sie diesen Anwandlungen aus und die kleinen Plagegeister in ihrem Kopf gaben Ruhe. Es war ihr egal, was ihr tat oder wem er etwas anzutun gedachte. Es ist nichts weiter als Recherche, hat er selbst gerade gesagt. Was früher gewesen sein mochte, womit sie künftig zu rechnen hatte, was er vielleicht einmal gewesen war oder einmal werden würde, das alles zählte nicht im Vergleich zu diesem Moment, in dem sie in einem billigen China-Restaurant Händchen hielten. Liebe ist niemals fade, dachte sie. Der böse Wolf setzte seine Frau an der Schule ab und winkte ihr ausgelassen hinterher, als sie im Verwaltungsgebäude verschwand. Doch schon im nächsten Moment hatte er Wichtigeres im Kopf. Zwei Besorgungen musste er noch machen, beide nicht besonders kompliziert. Einen wasserfesten Tarnanzug für Jäger aus jenem Sportgeschäft, in dem, was er nicht wissen konnte, einen Tag zuvor Rote 2 eingekauft hatte, sowie einen preiswerten blauen Blazer und eine graue Hose aus dem Second-Hand-Laden der Heilsarmee. Für Rote 1 sollte er nahtlos mit dem Wald hinter ihrem Haus verschmelzen. Für Rote 3 wollte er wie ein Lehrer erscheinen oder wie ein Vater auf Besuch, wozu er auf die geringe Gefahr hin, dass ihn auf dem Campus jemand sah, Jackett und Krawatte tragen musste. Natürlich würde er niemandem ins Auge springen. Ein falscher Bart, Brille, mit Gel zurückgekämmtes Haar. Die Gefahr, dass ihn jemand erkannte, ging gegen Null. Und wer würde der Beschreibung irgendeines Teenagers Glauben schenken? Noch dazu von jemandem, den man nur für ein paar Sekunden aus der Ferne gesehen hatte. Außerdem würde es Stunden dauern, bis sie die Leiche von Rote 3 entdeckten. Das war in seinen Augen das wirklich Bemerkenswerte an beiden Morden. Beide Male wäre er so gut wie unsichtbar. Der böse Wolf ging im Kopf noch einmal seine Liste durch. Kleider? Erledigt. Verkehrsmittel? Gestullene Nummernschilder wären hilfreich. Waffe? Er hatte sein Messer rasierklingenscharf gewetzt. Jetzt ging es nur noch darum, seine ganze Konzentration auf seine Beute zu richten, um die er immer engere Kreise zog. Auf dem Rückweg nach Hause kostete er die Vorfreude aus und malte sich aus, was der kommende Tag für ihn bereithalten würde. Es würde sein wie ein unerwarteter Anruf von einem alten Freund, der zwar weit weg wohnte, aber immer noch ein lieber und wichtiger Mensch war. Er rief sich Erlebnisse ins Gedächtnis, die, obwohl 15 Jahre her, frisch und lebendig waren, so vertraut wie eine Stimme, die man seit einer Ewigkeit kennt. Der Priester arbeitete in seinem Kellerbüro an einer Predigt für den nächsten Sonntag, und so trafen sich die drei Roten in den Kirchenbänken vor einer riesigen Skulptur des gekreuzigten Jesus, der im Sterben unter seiner Dornenkrone den Kopf senkte. Als Karen ihnen das Straßenvideo vorführte, saßen sie auf den unbequemen Bänken und rutschten auf dem harten Holz herum. Sie versuchten, sich Einzelheiten und Orientierungspunkte einzuprägen. Alle hatten sie Mühe, bei der Sache zu sein. Sie wussten, dass sie sich von heute auf morgen als versierte Mörder bewähren mussten. Doch gerade jetzt, wo sich ihre Aufmerksamkeit wie ein Laserstrahl hätte bündeln sollen, schweiften ihre Gedanken zu allen möglichen, wenig sachdienlichen Überlegungen ab. Als ob sie die Auseinandersetzung mit dem, was sie gerade planten, dazu zwang, innerlich eine andere Richtung einzuschlagen. Karen setzte zu einer Entschuldigung für die Qualität des Videos an, verstummte aber sofort, weil sie ihrer Stimme nicht traute. Für jemanden, der sich etwas auf Umsicht und Organisationstalent zugute hielt, schien alles planlos, desorganisiert und vieles einfach dem Zufall überlassen. Karen hatte das Gefühl, nicht die disziplinierte Ärztin, sondern die verrückte, wilde Komikerin in ihr habe die Planung des Mordes übernommen. Sie fühlte sich außerstande, ihrem nüchternen Medizinerverstand die Führung zu überlassen. Und so flüchtete sie sich in ihre Computertastatur, um mit wenigen Klicks das Anschauungsmaterial des Immobilienportals vorzuführen, das sie am Vorabend aufgespürt hatte. Als sie fertig waren, lehnten sich alle drei Frauen stumm zurück. Sarah bückte sich und hob die drei Taschen hoch. Sie reichte den anderen beiden je eine mit den für sie bestimmten Einkäufen. Die Gelbe behielt sie für sich. Obgleich die Situation Dutzende von Fragen nahe legte, schwiegen sie mehrere Minuten lang. Ein zufälliger Beobachter hätte gedacht, sie beteten zusammen. Jordan sah vom Laptop auf und betrachtete die religiösen Bildnisse, die sie umgaben. Die Skulptur war aus dunkelbraunem Holz, mit goldenen Streifen, wo rotes Blut hätte sein müssen. An der Decke spiegelte sich das blau, grün und gelb großer Buntglasfenster. Ihr wurde bewusst, dass es ein ungewöhnlicher Ort war, um einen Mord zu planen. Doch dann zuckte sie unwillkürlich die Achseln und räumte ein, dass jeder Ort, an dem eine verwöhnte Internatsschülerin aus reichem Hause einen Mord plante, ungewöhnlich wäre. Sie schielte zu Karen hinüber. Sie ist Ärztin. Sie hat Tote gesehen. Sie muss wissen, was sie tut. Als sie sich zu Sarah umdrehte, kam ihr mehr oder weniger der gleiche Gedanke. Bei ihr hat der Tod brutal und ungerecht an die Tür geklopft. Das muss sie so wütend gemacht haben, dass sie jetzt bereit ist, zu töten. Jordan dachte daran, dass sie die einzige von ihnen war, die nicht schon unmittelbar mit dem Tod konfrontiert worden war. Sie rechnete nicht damit, dass diese Jungfräulichkeit die Nacht überdauern würde. 2 Uhr Karen schlich sachte zur Hintertür ihres Hauses hinaus und ließ sich augenblicklich fallen. Sie krabbelte auf allen Vieren über die kleine Veranda, indem sie hinter Gartenmöbeln Deckung suchte, die sie vor dem Winter nicht hereingeholt hatte, um schließlich auf die feuchte, kalte Erde zu gleiten. Das Haus hinter ihr lag in völliger Dunkelheit und sie klammerte sich an die tiefen Schatten wie ein Bergsteiger an das Seil. Sie richtete sich etwas auf und sprintete geduckt zur Eingangsseite. Falls er mich beobachtet, dann versteckt er sich dort. Doch das durfte natürlich nicht sein. Falls der Wolf sie beobachtete, wäre er nicht da, wo sie hinwollten. Und alles, was sie in dieser Nacht vorhatten, wäre vergebens, wenn nicht schlimmer. Wild schwirrten ihr die Gedanken durch den Kopf. Mittlerweile hatte ihr verrücktes alter Ego von jeder Faser ihres Wesens Besitz ergriffen, und so versteckte sie sich vor Augen, die sie unmöglich beobachten konnten, sollte ihr Plan gelingen. Sie warf sich ans Steuer ihres Wagens und ließ die blaue Segeltuchtasche neben sich auf den Sitz fallen. Zunächst bekam sie den Schlüssel nicht ins Zündschloss, doch schließlich rollte sie im bleichen Mondlicht die Einfahrt hinunter, ohne die Scheinwerfer anzumachen. Wieder wusste sie, wie albern das war. An der Straße blieb Karen einen Moment stehen, bevor sie abbog. Sie wollte sich fünf Minuten geben. Falls sie in dieser Zeit einen anderen Wagen sah, würde sie davon ausgehen, dass es der Wolf war. Sie fragte sich, würde ein Mörder so handeln? Sie zitterte und holte ein paar Mal tief Luft, um sich zu beruhigen. Man liest Bücher, man sieht fern, man geht ins Kino. Du hast schon tausend Geschichten gesehen, wo die Bösen oder Guten ein Mordkomplott geschmiedet haben. Mach es ihnen einfach nach. Nur, dass das hier real ist. Natürlich war das nichts weiter als lächerlicher Selbstbetrug. Egal, wie viele Morde du im Fernsehen gesehen hast, sie alle zusammengenommen können dir nicht sagen, was du machen musst. Sie legte den Gang ein, behielt sämtliche Rückspiegel im Auge und fuhr zügig Richtung Stadt. Eine entscheidende Zwischenstation stand noch auf dem Programm, bevor sie die anderen abholte. Ihre Praxis. Jordan hatte nicht geschlafen. Kurz nach ein Uhr morgens, als sie lange genug reglos auf dem Bett gelegen und an die Decke ihres Zimmers gestarrt hatte, war sie aufgestanden und hatte sich angezogen. Die schwarze lange Unterwäsche kam unter die Jeans. Dann schlüpfte sie in das schwarze Sweatshirt. Sie steckte das Handy und ihr Messer in die grüne Leinentasche und zog sich die schwarze Sturmmütze über den Kopf. Die neuen Sportschuhe, die Sarah gekauft hatte, packte sie zuoberst, um sie griffbereit zu haben. Vorerst zog sie die Tanzschläppchen an. Sie stand auf und drehte sich langsam um die eigene Achse. Die Kleidung, die sie trug, raschelte nicht einmal. Jordan warf einen prüfenden Blick durchs Zimmer und versuchte, sich noch einmal alles Wichtige ins Gedächtnis zu rufen. Von einer Straßenlaterne direkt hinter ihrem Fenster drang gelber Schimmer in ein paar Ecken. Es war wie das Packen für eine Ferienreise. Sie hatte Angst, etwas Wesentliches zurückzulassen. Allerdings ging es nicht um einen Pass oder den Badeanzug. Allein bei der Vorstellung, sich für einen Mord bereit zu machen, durchzuckten sie solche Wogen der Angst, dass ihr die Hände zitterten und der Atem stockte. Ihre Kehle war trocken und es schien, als finge ihr rechtes Augenlid zu zucken an. Sie fragte sich, wo all ihre Zuversicht, ihr Gepolter und Draufgängertum geblieben waren. Es kam ihr so vor, als läge es Licht Jahre zurück, dass sie darauf bestanden hatte, den bösen Wolf zu töten. Jetzt, wo er einen Namen und eine Adresse hatte und nicht mehr nur eine diffuse Bedrohung war, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, war all ihre Zuversicht dahin. Sie fühlte sich wie ein kleines Kind, das Angst im Dunkeln hat. Am liebsten hätte sie geweint. Unendlich viel klüger schien ihr die Mördersachen auszuziehen, unter die Bettdecke zu kriechen und geduldig abzuwarten, bis der Wolf sie holte. Sie kämpfte gegen die Versuchung an und rief sich ins Bewusstsein, dass die anderen beiden Roten auf sie zählten. Nur, dass sie sich inzwischen nicht mehr vorstellen konnte, wie sie sich bei diesem Vorhaben nützlich machen sollte und sie nur noch Angst und Zweifel quälten. In dem Gefühl, dass dies die letzte Nacht ihres vertrauten Lebens sein würde, ging Jordan zur Tür. Es war ein lähmendes, entsetzliches Gefühl. Fast hatte sie sich in der Zeit, seit sie der Wolf verfolgte, an eine Form von Angst gewöhnt, und diese Nacht versprach nur, sie durch eine völlig andere zu ersetzen, mit der sie ebenso wenig zurechtkommen würde. Ihr war zum Schreien zumute. Doch stattdessen horchte sie aufmerksam, um sich zu vergewissern, dass keins der anderen Mädchen im Haus wach war, sei es, weil sie noch am Schreibtisch saß oder zur Toilette musste. Irgendwann im Lauf der Schulzeit schlich sich jeder Schüler einmal nachts aus dem Wohnheim, verstieß damit gegen ehene Regeln und riskierte, von der Schule zu fliegen. Niemand aber, dachte sie, hat das aus demselben Grund getan wie ich. Das hier war keine heimliche Verabredung mit einem Jungen, auch kein nächtlicher Drogen- oder Alkoholtrip, kein an Sadismus grenzender Streich, den man einem Neuling spielte. Das hier war etwas anderes. Die Stille, die Heimlichkeit, die waren dieselben. Doch damit endeten die Gemeinsamkeiten. Sie drehte den Knauf und öffnete die Tür mit dem Gedanken, dass eine neue Jordan in eine fremde Welt treten würde. Die alte Jordan bliebe für immer zurück. Sie huschte aus dem Zimmer. Dank der Schleppchen waren ihre Schritte nicht zu hören, und sie trat behutsam auf, weil die alten Holzdielen im Flur bei jedem Schritt verräterisch knarren und ächzen konnten. Mit jedem Schritt ließ sie das Mädchen, das sie bis jetzt gewesen war, hinter sich. Wie einen Schatten. Als sie schließlich zur Haustür hinaustrat, schlug ihr die Kälte entgegen. Sie zitterte, als sie die Schleppchen auszog und ihre neuen Laufschuhe zuschnürte. Obwohl sie den Schweiß unter den Armen spürte, fror sie entsetzlich in der bitteren Kälte. Jordan hatte Angst, zu Eis zu gefrieren, und so rannte sie durch die Nacht zu ihrem Treffen mit den anderen Roten. Sarahs Aufbruch aus dem Frauenhaus war ebenso verstohlen. Ihr Problem bestand darin, es am Wachposten der Nachtschicht vorbeizuschaffen. Einer Ehrenamtlichen aus einem der benachbarten Colleges, die von neun Uhr abends durchhielt bis zur Frühschicht ein pensionierter Streifenpolizist mit frischem Kaffee und Donuts kam. Die Herausforderung bestand für Sarah darin, hinauszukommen, ohne dass die Studentin sie bemerkte, die sich über einen Stapel Lehrbücher beugte und die drückende Stille fürs Studium nutzte. Die Freiwilligen im Nachtdienst waren im Schnitt gerade mal um die 20, und man hatte ihnen eingebläut, im Zweifelsfall lieber übervorsichtig zu sein. Jede kleine Störung, irgendeine Abweichung von der Normalität, konnte zu einem Anruf bei der Leiterin des Frauenhauses oder bei der Polizei führen. Und so wartete Sarah über eine Stunde außer Sichtweite im Flur des zweiten Stocks. Sie wusste, dass die junge Frau irgendwann aufstehen würde, um die Glieder zu strecken, zur Toilette zu gehen oder sich im Büro nebenan eine Tasse Kaffee aufzubrühen oder einfach den Kopf auf die Bücher legen würde, um ein Nickerchen zu halten. Zusammen mit ein paar Kleidern zum Wechseln hatte sie den Revolver ihres Mannes in der Tasche verstaut. Sie war genauso angezogen wie Jordan, schallgedämpfte Ballettschuhe eingeschlossen. Karen würde im selben Outfit kommen. Sarah Sarah sah nicht einmal auf die Armbanduhr. Sie betete darum, dass die Aufpasserin zur Toilette ging. Sie merkte, wie sich vor Erwartung ihr ganzer Körper anspannte. Sie leckte sich über die Lippen, die plötzlich trocken und spröde waren. Sie schämte sich ihrer Dummheit. All ihre Gedanken hatten darum gekreist, was sie tun würden, wenn sie an dem Haus eintrafen, in dem sie den bösen Wolf vermuteten. In diesem Moment wäre sie beinahe ein schallendes Gelächter ausgebrochen, doch sie unterdrückte den Impuls. Sie konnte nichts Komisches an ihrer Situation erkennen. Es war nur die geballte, nervöse Angst. Wir gehen die Sache falsch an, dachte sie. Der Wolf geht zu den drei Schweinchen und pustet ihre Häuser um, außer das von dem Schlauen, das sein Haus aus Stein gebaut hat. Falsches Märchen. Es war ihr nicht in den Sinn gekommen, dass ihr erstes Problem schon darin bestehen könnte, unbemerkt ein Haus zu verlassen, das dazu eingerichtet war, Leute zu schützen und unsichtbar zu machen. Plötzlich kam sie sich vor, als säße sie in einem höchst seltsamen Gefängnis. Von unten kamen Geräusche. Es tat sich etwas. Dann wurde lautstark ein Buch zugeschlagen. Gott verdammt, der Mist ist unmöglich. Ich hasse organische Chemie. Ich hasse organische Chemie. Ich hasse organische Chemie. Ich hasse organische Chemie, wiederholte die junge Frau in wütendem, frustriertem Ton. Nach ein, zwei Sekunden bekam der Refrain »Ich hasse organische Chemie« eine aus dem Stehgreif komponierte Melodie, die mal mit heller, schriller Stimme, mal im tiefen Bass vorgetragen wurde. Sarah hörte Schritte das Foyer durchqueren. Die Tür zur Toilette ging auf, dann zu. Auf Zehenspitzen hastete sie die Treppe hinunter, um so schnell wie möglich, aber lautlos nach draußen zu kommen, bevor sie jemand entdeckte. Unter allen Umständen musste der Eindruck gewahrt bleiben, dass die Frau, die sich Cynthia Harrison nannte, in ihrem Bett lag und schlief. Hundert Meter vom Haus entfernt warteten die drei Roten in ihrem Leiwagen. Sie hätten eigentlich die letzten Einzelheiten ihres Plans, wenn davon überhaupt die Rede sein konnte, noch einmal durchgehen sollen, doch die meiste Zeit schwiegen sie, und jede hing ihren eigenen Gedanken nach. Es war kurz vor drei Uhr morgens. Karen war einfach an den Bordstein gefahren und unter einer hohen Eiche stehen geblieben. Jordan saß hinten, Sarah im Beifahrersitz. Karen legte die Autoschlüssel auf den Boden und machte die anderen darauf aufmerksam, wo sie waren. Dann verteilte sie drei Paar OP-Handschuhe, die sie sich mit zitternden Fingern überzogen. Alle drei Augenpaare suchten immer wieder die Häusereien rechts und links ab. Abgesehen von der einen oder anderen Außenlampe, die ein Hausbesitzer versehentlich angelassen hatte, lag die Straße im Dunkeln und in tiefem Schlaf. Sie beschränkten ihre Kommunikation auf das Nötigste. Keine von ihnen konnte das Zittern in ihrer Stimme verbergen, und so brachten sie nur mühsam einzelne Worte heraus, als gäbe es, je näher der Mord rückte, umso weniger zu sagen. »Zwei Türen«, sagte Karen. »Sarah und ich brechen hinten durch die Küchentür ein. Jordan, falls der Wolf versucht, durch die Haustür zu fliehen, musst du ihn daran hindern. Sobald wir drin sind, machen wir dir auf.« Sie nickten alle. Keine von ihnen sprach den Gedanken aus, der ihnen allen auf der Zunge lag. »Falls es der Wolf ist?« Jordan fragte auch nicht, »und wie halte ich ihn auf?« »Und was genau verstehst du darunter, ihn daran zu hindern?« »Und schließlich, was machen wir, wenn er uns doch entwischt?« All diese Fragen lagen auf der Hand. Mit der Unausweichlichkeit der Konfrontation war jede Gewissheit verflogen. Alle drei Roten hatte ein seltsamer Schwebezustand jenseits aller Vernunft erfasst. Es war ein Märchen, das sie sich selbst ausgedacht hatten. »Die Treppe hoch und nach rechts. Sie können nur im Elternschlafzimmer sein. Dort müssen wir hin. Es muss schnell gehen. Sie werden schlafen. Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Aber wahrscheinlich haben wir sie mit unserem Einbruch schon geweckt.« »Mal angenommen?«, setzte Sarah zu einer Frage an, verstummte aber sofort. »Ihr wurde bewusst, dass es hundertfach Mal angenommen gab und es unmöglich war, alle Eventualitäten vorauszusehen.« Jordan sprach mit erstickter Stimme. »In Kaltblütig von Capote trennen Sie die Familie Klatter, sobald Sie drin sind. Sollen wir...« Auch sie brachte ihren Satz nicht zu Ende. Keine von ihnen sprach das Wort Hausfriedensbruch aus, auch wenn es exakt ihr Vorhaben beschrieb. Ein brutales Verbrechen, da es die amerikanische Befindlichkeit im Innersten traf. Die Vorstellung, im eigenen Haus vollkommen sicher zu sein. Banküberfälle, Schüsse aus dem fahrenden Auto, Revierkämpfe zwischen Drogenbanden, selbst Paare, die ihre Scheidungsfehde mit Feuerwaffen austrugen, dies alles war halbwegs nachzuvollziehen und einzuordnen. Hausfriedensbruch nicht. In den meisten Fällen war er durch bizarre Fantasien von Vergewaltigung oder vermeintlichen Reichtümern motiviert, die es dann doch nicht zu holen gab. Dieses Verbrechen hatte Jordan in den letzten Tagen gründlich studiert. Nur, dass es nach Jordans Recherchen normalerweise der böse Psychopath war, der unschuldige Menschen in ihren eigenen vier Wänden überfiel. In dieser Nacht war es umgekehrt. Die Unschuldigen drangen in das Haus des Wolfs ein. So jedenfalls stellte es sich im Schutz des Wagens dar. Doch waren sie erst einmal dort draußen, in der Kälte, würde sich vielleicht alles ins genaue Gegenteil wenden. Möchte jemand noch etwas sagen? fragte Karen. Antworten, sagte Sarah Heiser. Wir sollten Antworten verlangen. Die drei Roten tauchten aus dem Wagen auf wie schwarze Tintenkleckse im Dunkel der Nacht. Sie zogen die Kapuzen über den Kopf, rückten sich die Sturmmützen zurecht und steuerten zielstrebig das Haus an. Ein Hund bellte in einem der benachbarten Domizile. Alle drei Frauen kam ein beängstigender Gedanke. Wenn er nun einen Hund hat, einen Pitbull oder Dobermann, der seinen Besitzer verteidigen will. Sie behielten ihre Sorge für sich. Karen hatte das Gefühl, dass jeder Schritt ihnen vor Augen führte, wie wenig sie davon verstanden, ein Verbrechen zu begehen, geschweige denn ein so schweres. Jede von ihnen hätte am liebsten die anderen gepackt und gesagt, was zum Teufel treiben wir da eigentlich? Doch keine sprach es aus. Es war, als stürzten sie alle drei Kopf über eine steile Böschung hinunter, und es gab nichts, woran sie sich festhalten und ihren Fall abbremsen konnten. Karen war speiübel. Sarah drehte sich vor lauter Zweifeln alles im Kopf. Jordan hatte weiche Knie. Jede Route war auf ihrem Weg durch die Nacht vor Anspannung wie gelähmt. Die Kälte richtete wenig gegen die heißen Wogen der Angst aus, die in ihnen tobten. Nach allem, was sie in den letzten Wochen durchgemacht hatten, fühlten sie sich klein und hilflos. An der Vorderseite des Hauses deutete Karen stumm auf das Gebüsch seitlich von der Haustür. Jordan schlüpfte geduckt hinein und machte sich, so gut sie konnte, unsichtbar. Die anderen beiden Roten liefen unauffällig ums Haus zur Gartenseite. So plötzlich mitten in der Nacht allein zu sein, war für Jordan ein erdrückendes Gefühl. Sie horchte auf ein Geräusch und hatte gleichzeitig Sorge, dass sie mit ihrem lauten Atem die Bewohner des Hauses und sogar die Nachbarn, ja, die Polizei und die Feuerwehr wecken würde. Sie rechnete jeden Moment damit, von Sirenen und blitzenden Warnlichtern eingekesselt zu werden, während laute Stimmen ihr befahlen, mit erhobenen Händen aufzustehen. Langsam und so leise sie konnte, zog sie den Reißverschluss ihrer Leinentasche auf. Sie zog ihr Messer heraus und legte die Finger fest um den Griff. Sie glaubte nicht mehr daran, dass sie damit umgehen konnte. War es ihr noch vor wenigen Tagen so leicht und selbstverständlich erschienen, mit einer scharfen Klinge zuzustoßen, schien es jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Wo war Jordan die Athletin? Die schnellste und stärkste in der Mannschaft? Die gewitzte, hübsche und von allen gemobbte Jordan? Und wer war diese Fremde, die an ihre Stelle getreten war und der sie nicht über den Weg traute? Hätte sie ein Gebet gekannt, wäre jetzt der Moment dafür gewesen. Doch wie die Dinge lagen, kauerte sie neben der Eingangstreppe, und obwohl ihre schwarze Kleidung sich wie ein Puzzleteil nahtlos in die Nacht einfügte, zuckten und bebten ihre Muskeln, und sie konnte nur hoffen, dass diese nicht wiederzuerkennende Jordan, wenn es soweit war, den nötigen Zorn aufbrachte. Schlag das Fenster ein und fasse durch das Loch. Lege das Riegelschloss um. Greif an. Karens Plan war nicht gerade subtil. Im Film wirkte es immer so einfach. Die Akteure sind ruhig, intelligent, tun nichts Überhastetes, sondern handeln klug und entschlossen. So einfach ist es im realen Leben aber nicht. Da hat sich alles gegen dich verschworen. Am meisten stehst du dir selbst im Weg, weil du nicht über deinen eigenen Schatten springen kannst. Das hier hat mit dem, was wir sind, nichts zu tun. Ich bin Ärztin verflucht nochmal, keine Einbruchskünstlerin. Und eine Mörderin schon gar nicht. Sie hielt den Gummihammer in der Hand, bereit, das Haus zu stürmen, als Sarah sie genau in dem Moment, als sie zum Schlag ausholte, mit aller Macht am Arm festhielt. Karen hörte, wie ihre Komplizin heftig nach Luft schnappte. Sarah sagte nichts, sondern deutete nur stumm auf ein Fenster, hinter dem sie die Küche vermutete, mit einem Schild in der Scheibe. Sie las »Alpha Alarm Systems«. Karen fühlte sich einen Moment benommen, doch die offensichtliche Ironie entging ihr nicht. Dies war dieselbe Firma, die sie nach dem ersten Brief des Wolfs mit der Alarmanlage an ihrem eigenen Haus beauftragt hatte. Sie zögerte. Dann flüsterte sie »Also gut, Folgendes. Wir brechen ein. Das löst bei der Firmenzentrale einen stummen Alarm aus. Sie rufen beim Eigentümer an, der mit einem vereinbarten Signal reagieren muss. Das entweder bedeutet »Alles in Ordnung«, »Fehlalarm« oder »Es gibt Probleme.« In dem Fall ruft die Firma die Polizei, die in wenigen Minuten da ist. Sarah nickte. Die beiden Roten waren für einen Moment wie vor den Kopf gestoßen. »Was sollen wir machen?« fragte Sarah. »Wenn ich das wüsste«, erwiderte Karen. Ihr wurde bewusst, dass ihr Risiko mit jeder Sekunde, die sie draußen blieben und die Jordan allein in ihrem Versteck vor der Haustür saß, sprunghaft stieg. Es war, als sähe man im Labor unter dem Mikroskop zu, wie sich gefährliche Zellen vereinten, vergrößerten, vermehrten und immer komplexere Strukturen bildeten. »Entscheide dich«, sagte Sarah, »vor oder zurück?« In dem Moment erfasste Karen eine schwelende Wut. »Wenn wir wegrennen, laufen wir vielleicht geradewegs in den Tod. Vielleicht nicht heute Nacht. Vielleicht morgen oder übermorgen oder nächste Woche oder in einem Monat. Wir werden es niemals wissen.« Sie holte Tiefluft. »Hast du deinen Revolver?« fragte sie. »Ja. Gut. Sobald wir drin sind, rennst du ins Schlafzimmer hoch. Ich bin direkt hinter dir. Ich lasste erst Jordan rein. Und Sarah. Was? Nicht zögern.« Sarah nickte, leichter gesagt als getan. Unausgesprochen blieb, wobei sie nicht zögern sollte. Sie beide zu töten? Einfach das Feuer zu eröffnen? Und wenn er nun nicht der Wolf ist? Karen wusste, dass sie die blanke Panik überwältigen würde, wenn sie auch nur einen Moment länger wartete. Sie packte den Gummihammer und holte kräftig aus. Vor dem Haus hörte Jordan das Klirren von Glas. Hatte sie eben noch ihren eigenen Atemthosen gehört, so erschien ihr das Geräusch, das von der Rückseite kam, wie eine gewaltige Explosion. Sie zuckte zurück und klammerte sich mit der Verzweiflung des Ertrinkenden an das dunkle Gebüsch. Eine Scherbe zerriss Karen's sweatshirt. Ein Moment lang fürchtete sie, sie hätte sich den Arm aufgeschlitzt und sie stieß einen kehligen Laut aus. Jeden Augenblick rechnete sie damit, dass dunkles, arterielles Blut durch den Stoff sickern würde. Doch nichts dergleichen geschah, was ihr wie ein Wunder erschien. Nicht einmal ein Kratzer hatte sie abbekommen. Sie griff in das zerbrochene Fenster und legte den Riegel um. In wenigen Sekunden stürzte sie zur offenen Tür hinein. Sarah drängte an ihr vorbei. Sie rannte, die Taschenlampe in einer Hand, die Waffe in der anderen ins Haus und schwenkte wie besessen den Lichtstrahl hin und her. Nach oben und nach rechts. Sarah war nicht sicher, ob sie das dachte, sagte, schrie oder sang. Sie stürzte voran die Treppe hoch. Karen eilte zur Eingangstür und fummelte an den Schlössern herum. Sie brauchte eine Sekunde, dann riss sie die Tür auf. »Jordan, komm«, flüsterte sie so eindringlich, wie sie konnte. Jordan hockte immer noch in ihrem Versteck neben der Treppe. Die Nacht schien sich wie eine Schlingpflanze um sie zu legen und sie so einzuschnüren, dass sie sich nicht bewegen konnte. Sie erteilte ihren Muskeln Befehle, doch die befolgten sie nicht. Im nächsten Moment aber sah sie, als schwebe sie wie eine Art Geist plötzlich in der Luft und sähe sich von oben zu, wie die fremde Jordan aufstand und so schnell ins Haus stürmte, dass sie fast über die Eingangsstufen stolperte. Sie griff nach Karens Hand, um nicht hinzufallen. Karen fing die Jüngste der drei Roten auf und knallte die Haustür hinter ihnen zu, bevor sie die Treppe hinauffechtete und Rote 2 einzuholen versuchte. Eigentlich machten sie nicht viel Lärm, aber genug. Als ihn die Geräusche des Einbruchs aus dem Zustand zwischen Schlafen und Wachen rissen, zuckte dem bösen Wolf die Angst wie ein Stromschlag durch die Brust. Er saß augenblicklich senkrecht im Bett und merkte, dass er kaum Luft bekam. Er hob die Faust, schlug im Dunkeln ins Leere, wirkte in seiner Panik Worte hervor, die eher an den Schrei eines Tieres erinnerten und konnte nicht sagen, ob er einen Albtraum abwehrte oder etwas Reales, doch gespenstisch Unsichtbares. Neben ihm stieß seine Frau einen Schrei aus, der eher wie ein Gurgeln klang. Mrs. Böser Wolf merkte, wie es ihr die Kehle zuschnürte, als hätte sie jemand im Würgegriff. Die Schlafzimmertür flog auf und eine Gestalt, im Dunkeln konnten sie nicht sehen, ob es ein Mensch oder etwas anderes war, das mit der Nacht verschmolz, stürzte ihnen entgegen. Ein Lichtstrahl schnitt wie eine Klinge kreuz und quer durch den dunklen Raum, als Sarah ihre Taschenlampe schwenkte. Sie hob die Waffe und versuchte, alles zu bedenken, was ihr die Leiterin des Frauenhauses beigebracht hatte. »Nimm sie in beide Hände, entsichere sie, halt die Luft an, ziele genau, sieh zu, dass jeder Schuss ein Treffer ist.« Um beide Hände für die Waffe frei zu haben, ließ sie die Taschenlampe zu Boden fallen und das Paar vor ihr im Bett verschwand in einem Gewirr von Schatten. Sie war davon überzeugt, dass sie schrie, »Töte ihn, töte ihn, töte ihn!« Doch auch diesmal konnte sie die Worte nicht hören oder auch nur fühlen, ob sie die Lippen bewegte. In dieser Sekunde des Zögerns explodierte in ihren Augen ein glühend rotes Feuerwerk, als der Mann, den sie erschießen wollte, sie mit einem Faustschlag mitten ins Gesicht traf. Der Wolf, dessen Kampfgeist voll entfacht war, hatte sich auf Sarah gestürzt und sie zur Seite geworfen, während Mrs. Böser Wolf sich in die Kissen kauerte. Sarah taumelte und im selben Moment traf sie ein zweiter Hieb in die Brust, sodass ihr die Luft wegblieb. Sie prallte von einer Kommode ab, stürzte und landete auf dem Bett. Plötzlich spürte sie wie eine Hand nach ihrem Revolvergriff. Sie wusste, dass sie sich wehren musste, nur dass ihr nicht einfiel. Wie? Sie hatte einen einzigen Gedanken. »Lass ja nicht los! Lass ja nicht los!« Sie wurde hin und her geworfen und wie ein Kreisel gedreht, bis sie merkte, wie ihre Füße wegrutschten und sie über die Bettkante auf den Boden fiel. Ein ungeheures Gewicht drückte sie nieder und scharfe Nägel versuchten, ihr die Maske vom Gesicht zu reißen. Hinter ihr stürmten zwei andere schwarze Gestalten ins Zimmer. Karen hatte die Fischkeule in der Hand und schwang sie wild, aber wirkungslos. Sie traf eine Nachtischlampe, Porzellan zerbrach, ein zweiter schlecht gezielter Hieb fegte klirrend den Nippes von der Kommode. Die Dunkelheit täuschte sie alle. Der böse Wolf und seine Frau wehrten sich verzweifelt und mit aller Macht. Sie traten, bissen, boxten, kämpften mit Zähnen und Klauen. Decken und Laken landeten auf dem Boden. Das hölzerne Bettgestell ächzte unter der Raserei. Inzwischen hatte Mrs. Böser Wolf den Revolver in Sarahs Hand am Lauf gepackt und zog und zerrte daran, um ihn in ihre Gewalt zu bekommen. Dabei war ihr nur vage bewusst, was es war. Sie wusste nur, dass es sie töten konnte und dass sie es in die Finger bekommen musste und nicht mehr loslassen durfte. Mit dem Selbsterhaltungsinstinkt eines Tieres kämpften sie aus dem tiefen Schlafgerissen um ihr Leben. Der böse Wolf war in dem dunklen Zimmer mit einem Satz bei Karen. Er versetzte ihr einen Schlag aufs Ohr. Ihr drehte sich alles im Kopf. Ein zweiter Hieb traf Karen in den Oberkörper und die Ärztin merkte, wie ihr eine Rippe brach und höllische Schmerzen bereitete. Sie rechnete mit einem dritten Schlag, der ihr das Bewusstsein rauben würde, und so schwang sie die Fischkeule mit der Kraft der Verzweiflung. Sie spürte, wie sie auf Haut und Knochen traf und hörte einen Schmerzensschrei, doch sie war nicht sicher, ob er von der Gestalt kam, mit der sie kämpfte, oder von ihren eigenen Lippen. Plötzlich drang ein lautes Gellen durch den Raum. Jordan hatte mit ihrem Filetiermesser ausgeholt und den Wolf am Arm getroffen, als er zum erneuten Schlag gegen Karen ansetzte. Brüllend packte der böse Wolf Karen und schleuderte sie brutal gegen Jordan, sodass die jüngste Rote gegen ein gerahmtes Bild an der Wand schlug, das in Scherben zerbrach. Der Wolf kämpfte. Er wusste jetzt, dass es eine Keule, ein Messer und eine Schusswaffe gab, die seine Frau im Griff zu haben schien. Das einzige Licht im Raum kam von der Taschenlampe, die nutzlos in eine Ecke gerollt war, sodass es weiterhin ein blindwütiger Kampf auf Hauen und Stechen war, ohne Sinn und Verstand. Es floss Blut, und in Dunkelheit und Schatten versuchte jeder zu siegen und zu überleben. Er wusste immer noch nicht, wer seine Gegner waren. Hätten sie ihm auch nur einen Moment Zeit zum Nachdenken gegeben, hätte er drei Gestalten, ausnahmslos Frauen erkannt und zwei und zwei zusammengezählt. Doch die Schläge, die auf ihn niederprasselten, die Schmerzen in seinem Unterarm und der Schock des Überfalls mitten im Schlaf trübten ihm den Verstand. Der einzige klare Gedanke, den er fassen konnte, war der an sein Jagdmesser auf dem Schreibtisch unten im Arbeitszimmer. Eine Chance, in dem ungleichen Kampf für Ausgleich zu sorgen. Er stieß Karen zur Seite, sodass sie gegen dieselbe Wand geschleudert wurde, an der Jordan reglos lag. Dann stürzte er auf die beiden Gestalten zu, seine Frau und ein Schatten, die um die Pistole rang. Er warf sich auf das Knäuel von Armen, Beinen und Leibern, ohne zu wissen, welcher Körperteil zu wem gehörte, und drosch auf alles ein, was ihm unter die Finger kam. In dem Wirrwarr hörte der böse Wolf das deutliche Klappern der Waffe, die auf den Holzboden fiel. Er tastete danach, konnte sie aber nicht finden. Im nächsten Moment wurde ihm brutal der Kopf zurückgezogen. Er spürte eine Klinge an der Kehle. Wie aus der Ferne hörte er jemanden sagen, »Wenn du dich rührst, bringe ich dich um!« Jordan stand mit gegrätschten Beinen über ihm und hielt mit einer Hand seine Stirn, mit der anderen das Messer, wie ein Bauer, der ein Tier fürs Abendessen schlachtete. Sein erster Impuls war es, nach vorne auszubrechen. Der Druck der Klinge am Hals hielt ihn zurück. Und dann klingelte das Telefon. Zuerst wirkte das beharrliche Klingeln des Telefons absolut bizarr. Ein Stück Alltäglichkeit in einer aus den Fugen geratenen Welt. Es setzte dem Kampf ein Ende und wie in einem Kinderspiel erstarrten alle in ihrer Position. Karen war die Einzige, die sofort begriff, wie brisant dieses Klingeln war. Es musste sich augenblicklich jemand melden. Es kam ihr kein Moment in den Sinn, selbst abzunehmen. Hastig hob sie die Taschenlampe in der Ecke, in die sie gerollt war, vom Boden auf und richtete dem Wolf den Strahl in die Augen. »Geh ran!« brüllte sie. Das war unmöglich. Er kniete neben dem Bett und konnte sich, von Jordan und ihrem Messer eingeklemmt, nicht rühren. Das Telefon stand auf einem Nachttisch an der gegenüberliegenden Wand. Mit jedem Klingeln wurde es schriller. Karen schwenkte ihre Lampe zu Mrs. Böser Wolf, die mit Sarah verknallt war. »Dann eben du!« schrie sie. Sie hob bedrohlich die Keule, als wolle sie der Frau den Schädel einschlagen, was dem Zweck ihrer Drohung, das war ihr bei aller Panik klar, nicht dienlich gewesen wäre. »Das ist die Sicherheitsfirma! Geh an das verdammte Telefon!« Sarah, die mit einem Schlag die Dringlichkeit begriff, riss Mrs. Böser Wolf hoch und schubste sie angewidert zum Telefon. Die Waffe, die im Kampfgetümmel halb unter einen Haufen Bettzeug gerutscht war, schien auf einmal nicht mehr so wichtig, doch Sarah nahm sie schnell an sich. Auch sie richtete ihre Waffe auf die Frau. Mrs. Böser Wolf zögerte. Als sie das Messer sah, dessen scharfe Seite sich ihrem Mann in die Kehle drückte, riss sie entsetzt die Augen auf. Den Revolverlauf, der auf sie gerichtet war, ignorierte sie. Der Wolf brachte ein angedeutetes Nicken zu Wege. Sie warf sich übers Bett und griff zum Hörer. »Hallo?« sagte sie mit zitternder Stimme. »Alpha Alarm Systems, wir haben hier einen Fernalarm von Ihrem Haus. Sind Sie die Eigentümerin?« Mrs. Böser Wolf stammelte, als sie gleichzeitig versuchte, Luft zu holen und zu sprechen. »Ja, ja, die Alarmanlage. Ähm, was?« Ihre Alarmanlage zeigt an, dass bei ihnen gewaltsam eingedrungen wurde. Sie hielt das Telefon ans Ohr, richtete den Blick jedoch auf ihren Mann. »Eingedrungen?« »Ja, ein Einbruch.« »Wir haben geschlafen,« sagte sie. Ihre Gedanken rasten. »Sie haben uns geweckt? Das Klingeln des Telefons hat uns beiden einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Wir haben einen neuen Welpen,« log sie. »Vielleicht hat der den Alarm ausgelöst. Bleiben Sie einen Moment dran, damit ich nachsehen kann.« »Sie müssen mir Ihren Sicherheitscode durchgeben,« sagte die Stimme am anderen Ende forsch. »In Ordnung, ich sehe nach,« wiederholte sie. »Dauert nicht lang. Ich muss runtergehen. Ich weiß, dass ich den Code auf einen Zettel in einer Schublade habe.« Wieder bat sie ihren Mann mit einem stummen Blick um Instruktionen. Doch jetzt zischte Karen dazwischen. »Wenn du ihm den Code nicht gibst, und zwar ein bisschen plötzlich, ruft er die Polizei. Umso besser.« Sie grinste selbstgefällig. »Wir bleiben hier einfach alle sitzen und warten, bis die Cops vorfahren. Und dann erzählen wir ihnen alles hübsch der Reihe nach. Überleg mal, willst du das?« Die letzte Frage richtete sich an den bösen Wolf. Karen entdeckte eine schadenfrohe Seite an sich, die diese Situation plötzlich genoss. »Und, Mr. Wolf, Mr. Killer, Mr. Wer-immer-du-bist, möchtest du vielleicht ein paar staunenden Polizisten erklären, was hier heute Nacht vor sich geht?« Karen merkte, wie sie kurz davor war, einem ungeahnten Drang zum Sadismus freien Lauf zu lassen. Sowohl Karen, die Komikerin, als auch Karen, die Ärztin, gab es nicht mehr. Dabei ahnte sie nicht, dass die anderen beiden Roten gerade eine ähnliche Verwandlung erlebten. Sie setzte ein süßliches Lächeln auf und sprach in verhaltenem, grimmigem Ton. »Sie werden gespannt sein, wie drei Frauen, die sich vollkommen fremd sind, auf die Idee kommen, sich miteinander zu verabreden und in dieses Haus einzubrechen. Nicht irgendein schickes Haus, wo Geld oder Schmuck oder teure Kunstwerke zu holen sind, denn dass wir nicht gekommen sind, um zu stehlen, liegt auf der Hand. Nein, genau dieses Haus. Ein Allerweltshaus, nicht wahr? Und dann kriegen sie von uns dreien eine Geschichte zu hören, bei der sie sich die Augen reiben. Es wird sie nur noch neugieriger machen. Und dann werden sie Fragen an dich haben. Ernste Fragen. Willst du ihnen Rede und Antwort stehen? Ist dir danach?« Er riss die Augen auf. »Wenn du also nicht der Wolf bist«, fuhr Karen langsam fort. »Nur zu, mach die Notfallmeldung. Hol so schnell wie möglich die Cops, damit sie uns alle in der Handschein abführen können. Solltest du es aber doch sein.« Sie hob die Hand und zog ihre schwarze Maske vom Kopf, sodass ihr das rote Haar über die Schulter fiel. Die anderen Roten folgten ihrem Beispiel. Mrs. Böser Wolf, immer noch den Hörer in der Hand rang nach Luft. Der Wolf war unschlüssig. Nach wie vor kitzelte ihn die Klinge an der Kehle. Er sah die Angst in den Augen seiner Frau. Er überlegte, welche Möglichkeiten ihm blieben, und sah nur eine. Zeitgewinnen. Und zwar gewiss nicht durch ein Plauderstündchen mit der Polizei. So unfähig das hiesige Revier auch sein mochte, die Cops waren nicht ganz und gar voll Idioten. »Gib den Kot durch«, murmelte er wütend. »Sag, bei uns ist alles in bester Ordnung. Es war der Hund, den wir nicht haben, genau wie du vermutet hast.« Mrs. Böser Wolf nahm die Hand vom Hörer. »Uns fehlt nichts, alles bestens. War wohl ein Fehlalarm. Der Hund hat ihn ausgelöst«, betonte sie noch einmal. »Unser Entwarnungscode lautet Inspektor Jevart. Julius, Anton, Victor, Emil.« »Danke«, sagte die Stimme. »Cooler Code. Sehr literarisch. Ich habe die Miserable letztes Jahr am Broadway gesehen. Ich setze Ihre Anlage von hier aus zurück.« Mrs. Böser Wolf legte den Hörer auf die Gabel. »Jetzt sollten wir sie einfach beide töten«, sagte Jordan. Sie konnte es selbst nicht fassen, dass ihr diese Worte über die Lippen kamen. Die Schwache verängstigte Jordan, die draußen vor jedem Schatten zusammengezuckt war, war einer wild entschlossenen, kompromisslosen, mörderischen Jordan gewichen, und das innerhalb weniger Sekunden. »Wahrscheinlich hatte der körperliche Kontakt die Schleusen geöffnet«, mutmaßte sie. »Gegen eine Wand geschmettert zu werden, kann ungeahnte Kräfte wecken.« Wie dem auch sein mochte, sie spürte plötzlich einen Blutrausch, und so strich sie mit der Messerklinge ganz sacht hin und her und ritzte die Haut des bösen Wolfs, bis eine dünne rote Linie entstand, aus der ihm das Blut auf die Brust tropfte und ins Oberteil seines Pyjamas sickerte. Sie beugte sich vor, senkte den Kopf und sprach ihm direkt ins Ohr. »Du hattest es dir andersherum vorgestellt, nicht wahr? Hast gedacht, du setzt mir das Messer an die Kehle, hä? Und wie sollte es dann weitergehen?« Er antwortete nicht. Sein Gesicht war wutverzarrt, und es kostete ihn die größte Beherrschung, sich im Zaum zu halten. Am liebsten hätte er ihr die Gurgel zugedrückt, irgendeine Gurgel. Doch er konnte weder vor noch zurück. Sarah rappelte sich auf die Knie. Sie hielt die Waffe in beiden Händen und richtete sie gerade aus. Sie befand sich direkt vor dem Wolf, und die Mündung zielte ihm zwischen die Augen. »Wenn du jetzt abdrückst, ziehst du einen Schlussstrich unter alles, was dein Leben ausgemacht hat. Fang ein neues Leben an, und dein neues Ich ist für immer sicher.« Der Wolf saß in der Falle, eingezwingt zwischen den beiden Roten, wie in einer tödlichen Parenthese. »Ich dachte, du wärst tot«, sagte der Wolf bitter. »Ich war bei ihrer Trauerfeier«, fügte Mrs. Böser Wolf kläglich hinzu. Dann sagte sie plötzlich aufs Bett, legte die Arme um die Knie und rollte sich wie ein unglückliches kleines Mädchen ein. Ihr weinerlicher Ton wirkte, als fühlte sie sich ausgetrickst und ungerecht behandelt. »Ich bin auch tot«, antwortete Sarah kaltblütig, ohne den Wolf aus den Augen zu lassen. Sie hob den Lauf an die Augen. »Jordan hat recht«, sagte sie nüchtern. »Bringen wir sie hier und jetzt um.« »Nein, bitte nicht«, stöhnte Mrs. Böser Wolf. Aus ihrem Mundwinkel tröpfelte dank eines Treffers von Sarah ein wenig Blut. Ihr Haar war kraus und verfilzt. Sie war bleich, und die Ärztin in Karen diagnostizierte, dass die Frau binnen Sekunden um Jahre gealtert war. Plötzlich dachte Karen an ihr Herz. »Es kann jederzeit versagen, dann haben wir einen Herzinfarkt verursacht. Ist das Mord oder höhere Gerechtigkeit?« Mrs. Böser Wolf wandte sich an Karen. »Dr. Jason, bitte«, dann drehte sie sich zu Jordan um. »Jordan, Sie sind ein nettes Mädchen, Sie können doch nicht«. »Nein, bin ich nicht«, unterbrach Jordan sie wütend. »Vielleicht wahre ich das mal, aber jetzt nicht mehr, und ich kann.« Die Frage, was sie konnte, überließ sie jedermanns Fantasie. Sie legte die Finger fester um den Messerschaft. »Wartet«, sagte Karen. Die anderen beiden Roten fuhren mit den Köpfen herum. »Wir wissen noch nicht genug.« Rote Zwei und Rote Drei blickten sie fragend an. »Bevor wir sie töten«, sagte sie, »will ich alles wissen.« Karen war eiskalt, als ob sie zum ersten Mal, seit sie den Brief des Bösen Wolfs erhalten hatte, wieder scharfe Konturen in ihrem Leben erkennen könnte. Endlich schimmerte dicht unter der Oberfläche wieder eine gewisse Klarheit durch, die sie mit Händen greifen konnte. Sie beugte sich so dicht zu ihm hinunter, dass sie ihm den Atem ins Gesicht blies. »Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!« Dabei grinste sie ihn mit einem Sarkasmus an, den sie an sich bisher nicht kannte. »Das ist eine Frage. Du erinnerst dich doch nicht, wahr? Und du weißt, woher sie stammt, aus einem Märchen. Ist das zu fassen? Ein gottverdammtes Märchen, das wir seit unserer Kindheit nicht mehr gelesen haben. Jedenfalls lautet die richtige Antwort, dass ich dich besser sehen kann.« »Isolierband ist eine großartige Erfindung«, dachte Karen, als sie es Mrs. Böser Wolf um Hände und Füße wickelte. »Besser als Stricke und Knoten. Einfache Handhabung, hohe Klebkraft. Möchte wetten, dass echte Kriminelle es ständig benutzen.« Die beiden Wölfe saßen in graues Isolierband gewickelt Seite an Seite auf der Wohnzimmercouch. Sie hatten etwas von einem Teenagerpaar beim ersten Date. Dicht beisammen, aber ohne sich zu berühren. Mit Mrs. Böser Wolf ging ein bisschen die Gefühle durch und sie konnte nichts dagegen machen. Ihr Mann dagegen versteckte seine Wut unter einer verdrießlichen Mine. Er sagte nicht viel, doch er verfolgte jede der Roten mit Blicken, als überlege er, welche er zuerst töten sollte, sobald er sich auf wundersame Weise aus seiner misslichen Lage befreit, eine Waffe beschafft und Simsalabim den Spieß umgedreht hatte. »Das wär's«, sagte Karen, während sie zurücktrat und ihr Werk begutachtete. Rote Zwei und Rote Drei standen dicht hinter ihr, nach wie vor mit gezückten Waffen. »Und nun?«, fragte Jordan. Keine der drei Roten hatte den Gezeitenwechsel bemerkt, der in dem kleinen Haus stattgefunden hatte. Nur der Wolf war sich des Unterschieds bewusst. Es gehörte zu seinem Fachgebiet. Er lachte verhalten. »Ihr habt einen Fehler gemacht«, sagte er und hielt seine verklebten Handgelenke hoch. »Ein Kardinalfehler, könnte man sagen.« »Was für ein Fehler?«, platzte Jordan heraus. Der böse Wolf grinste. »Ihr habt keine Ahnung vom Töten. Habe ich recht?« Die drei Roten antworteten nicht. Hatte er auch nicht erwartet. Bei einem Kampf, wenn es um Selbstverteidigung geht, dozierte der böse Wolf bedächtig in leisem, gleichmütigem Ton, der seine Kennerschaft unterstrich, kriegt man fast alles hin. Es hängt davon ab, wie verzweifelt man ist. Egal, ob du mit dem Messer zustichst, die Kanone abdrückst oder jemandem den Schädel einschlägst. Im Nahkampf rettest du deine Haut. In der Hitze des Gefechts ist es eine einfache Sache, sich zu wehren. Im Kampfgetümmel, wenn Blut fließt, wächst jeder über sich hinaus. Er lehnte sich ein wenig zurück. »Nur, dass wir jetzt nicht mehr kämpfen. Das Gefecht ist vorbei. Ihr habt gewonnen. Aber nicht wirklich. Denn wenn ihr diese Nacht überleben wollt, dann müsst ihr töten. Kaltblütig töten. Klingt ein bisschen abgedroschen, nicht wahr? Aber ihr wisst alle, was ich meine. Bildet sich eine von euch ein, sie hätte diese besondere Gabe. Ein Kampf ist eine Sache, Mord eine andere.« Die drei Roten schwiegen. Der böse Wolf entspannte sich auf der Couch. Die Situation schien ihm keine Angst zu machen, ihn nicht einmal besonders zu irritieren. Eine Mutter kann töten, um ihre Kinder zu verteidigen. Ein Mann vielleicht, wenn es darum geht, sein Heim und seine Familie zu beschützen. Ein Soldat zögert nicht, seine Kameraden zu verteidigen. Aber der Fall hier liegt wohl ein bisschen anders, oder? Wer von euch hält sich für einen Mörder? Er brach in Gelächter aus. Karen war sprachlos, als habe ihr die Logik des Wolfs einen Schlag ins Gesicht versetzt. Jordan merkte, dass ihr Atem stoßweise fast schmerzhaft kam. »Aber wir haben gewonnen«, sagte sie sich. In diesem Moment der Unsicherheit drängte Sarah energisch an den anderen beiden Roten vorbei. »Du glaubst, wir könnten nicht töten?« brüllte sie. Sie war mit wenigen Schritten am Sofa und drückte dem bösen Wolf die Mündung an die Stirn. Seine Frau wimmerte, doch er hatte nur ein Grinsen für sie übrig. »Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren«, forderte er sie heraus. Er sah rote zwei eindringlich in die Augen, dem Risiko, dass er einging zum Trotz. Sarah zog mit dem Daumen den Hand zurück, legte den Finger an den Abzug. Mit einem langen, wütenden Stöhnen ließ sie los. Sie trat zurück. »Nicht so leicht, habe ich recht«, bekräftigte der böse Wolf. Augenblicklich stieß sie ihm die Mündung wieder an den Kopf. »Ich kann, wenn ich will«, sagte sie. »Wenn du es könntest, hättest du es schon getan«, erwiderte er. Rote zwei und der Wolf zitterten ein wenig. Karen und Jordan waren sicher, dass sie abdrücken würde und zugleich, dass sie es nicht tun würde. Sie schwankten zwischen entgegengesetzten Gewissheiten. Karen meldete sich zu Wort. »Sarah, lass mal.« Eine Sekunde verstrich, dann eine zweite und Sarah ließ langsam den Hahn ihres Revolvers los. Dann drehte sie sich um. »Seht ihr? Ihr glaubt, ihr hättet heute Nacht etwas erreicht, habt ihr aber nicht. Ihr habt keine Ahnung vom Töten. Ich bin auf dem Gebiet Experte. Das heißt, ihr seid und bleibt die Verlierer. Und ich bin und bleibe der Sieger. Wieder lächelte er. Soll ich euch verraten, was jeder weiß, der sich wirklich mit Mord auskennt? Die drei Roten antworteten nicht, doch der böse Wolf sprach trotzdem weiter. »Es gibt keinen wackeren Jägersmann, der mit dem Messer zur Tür hereinspaziert. Es gibt auch keine liebe Großmama, die sich im Schrank versteckt, um herauszukommen und Rotkäppchen in die Arme zu schließen. Die Geschichte kann nur ein einziges Ende nehmen. Das ursprüngliche Ende.« Es herrschte Schweigen. »Ihr konntet euch niemals retten. Nicht, nachdem ich angefangen hatte.« Der Wolf machte es sich wieder auf dem Sofa bequem. Er grinste. »Ihr seid alle intelligent«, bescheinigte der Wolf den Roten. Fast war sein Ton freundlich und von einer Vertrautheit wie bei einer Plauderei unter Freunden, die sich unverhofft wiedersehen. »Deshalb bin ich überhaupt auf euch verfallen. Und ihr seid intelligent genug, um zu wissen, dass ihr hier heute Nacht nicht rauskommt. Ihr hättet besser einen großen Bogen um mich und dieses Haus gemacht. Ihr hättet akzeptieren sollen, was ich mit euch vorhatte. Oder ihr hättet uns beide noch oben umbringen müssen. Das hättet ihr vielleicht geschafft. Vielleicht stimmt es sogar, wenn Rote Zwei sagt, ihr könntet es auch jetzt noch. Nehmen wir einmal an, ihr habt genug Angst und Wut in euch, um es zu tun. Aber bringt ihr es fertig, auch sie zu ermorden?« Er deutete mit dem Kopf auf seine Frau. »Sie ist nämlich unschuldig. Sie hat nichts getan.« Der böse Wolf zuckte die Achseln. »Da muss man schon um einiges abgebrühter sein, wenn man jemanden töten will, nur weil er zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Traut ihr euch das zu? Seid ihr so abgebrüht?« Karen schwirrte der Kopf. Es war, als hätte jemand im Raum einen Duftstoff verbreitet, der ihr das Denken vernebelte. Sie ahnte, dass alles, was der Wolf sagte, seine Richtigkeit hatte. Sie wären niemals frei. Töten wir den Mann, laufen wir für den Rest unseres Lebens mit Schuldgefühlen herum. Lassen wir ihn ungeschoren, fragen wir uns für den Rest unseres Lebens, ob er gerade irgendwo auf uns lauert. Töten wir die Frau, sind wir nicht besser als er. Bei dem Gedanken drehte sich ihr fast der Magen um. Sarahs Hand neben ihr zuckte. Die Waffe war plötzlich unendlich schwer, und Sarah wusste nicht, wie lange sie noch die Kraft aufbringen würde, sie zu halten. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie die physische Kraft besäße, abzudrücken. Mit einem Schlag hatte sie alle Energie verlassen. Jordan sackte mit dem Rücken an die Wand. Sie stellte sich Fragen, auf die es keine Antworten gab. Und genau in diesem Moment der allgemeinen Ratlosigkeit platzte Mrs. Böser Wolf. »Es ist doch nichts weiter als ein Buch. Es geht nur um das Buch, das er schreibt. Niemand muss heute Nacht sterben.« »Alle Schriftsteller brauchen Geschichten«, dachte Karen. »Sie klauen sie aus ihrem eigenen Leben und dem der Menschen in ihrer Umgebung. Sie klauen von ihrer Familie und von Freunden. Sie entlehnen ihren Stoff der Geschichte und dem aktuellen Weltgeschehen. Sie schlachten Zeitungsartikel aus oder Gespräche, und manchmal kupfern sie auch voneinander ab.« In diesem Moment hörte sie Jordan aufschreien. Es war halb Schrei, halb Weinen, eine Mischung aus Schreck und Schmerz. Karens Blick richtete sich sofort auf den Bösen Wolf, der wütend knurrte und einen guten Teil seiner aufgesetzten, unerschrockenen Fassade eingebüßt hatte. Sie erkannte, er weiß, was sie hat. »Geh du«, sagte Sarah. Sie fuchtelte mit dem Revolverlauf in die Richtung, aus der Jordans Ausbruch kam. Sarah saß, den Rücken an die Wand gelehnt, den beiden Wölfen gegenüber auf dem Boden. Karen hörte Jordan rufen. »Hier drinnen!« Sie folgte der Stimme, die von einer neuen Anspannung zu beben schien. Als sie den Raum betrat, hörte sie Jordan schluchzen. »Das stimmt was nicht«, dachte sie. »Rote 3 ist stark. Sie war von Anfang an hart im Nehmen.« Tränen liefen Jordan die Wangen herunter. Das Mädchen brachte kein Wort heraus. Sie zeigte nur auf die Wand. Sie hatte nicht lange gebraucht, um die verschlossene Bürotür zu finden und den Schlüssel dazu. Er war am Bund des bösen Wolfs, und das hing neben der Haustür. Erst als Karen sah, was er dort angesammelt hatte, verlor sie die Beherrschung. Bilder, Zeitpläne, Skizzen, ein Jagdmesser. Zum Leben einer jeden von ihnen eine detaillierte Studie. Und die Mittel, ihm ein Ende zu bereiten. Karen sah sich mit der heimlichen Zigarette, Jordan auf dem Basketballplatz, Sarah vor dem Spirituosenladen. Ein Bild neben dem anderen, die Montage einer todbringenden Obsession. Doch über den Schock hinaus, ihre persönliche Geschichte ausgebreitet zu sehen, ging die Erkenntnis, welche Energie in diesen perversen Schrein geflossen war. Es war, als stünden alle drei Roten nackt im Arbeitszimmer des bösen Wolfs. Die Verletzung ihrer Privatsphäre war kaum zu überbieten. Als hätten sie nie einen ungestörten Moment gehabt, als wäre er ihnen nicht einen Augenblick von der Seite gewichen. Sie hatten es nur nicht gewusst. Die Hingabe, mit der er sich dem Tod gewidmet, die schiere Zeit, die er darauf verwendet hatte, erschütterte sie ins Mark. Karen merkte, dass ihre Beine nachgaben, und wie zum Gebet in der Kirche sackte sie auf die Knie. Von nebenan rief Sarah, »Was gibt's denn?« Karens Antwort war nur ein Flüstern. »Uns.« Jordan war außer sich vor Wut. Sie packte Karen an der Schulter und schüttelte sie. »Wir müssen ihn töten,« sagte sie heiser. »Uns bleibt gar keine andere Wahl.« Karen antwortete nicht. Sie hatte nur einen Gedanken. »Wie kämen wir damit durch?« »Er ist der Mörder, nicht wir.« Kraftlos hingen ihre Schultern herab. Jordan ließ sie los, und mit einem heftigen, gequälten Schrei sprang sie auf und machte sich daran, die Bilder von den Wänden zu reißen. Jeder Zeitplan, jede Dokumentation ihres Lebens wurde zerfetzt. Kein Detail des Gebildes an der Wand blieb verschont. Während sie tiefe Laute ausstieß, ohne dass Karen Worte ausmachen konnte, flogen die Fetzen. Sie streckte die Hand aus, um Jordan in ihrer Zerstörungswut zu bremsen. Doch dann überlegte sie es sich anders. Sie packte mit an, schnappte sich ein Foto und warf die Schnipsel wie Konfetti in den Raum, als könnten sie sich retten, indem sie alles vernichteten, was der Wolf aufgebaut hatte, um sie zu töten. Während Jordan weiter wie besinnungslos auf die Galerie von Fotos und Dokumenten losging und die Schnipsel ihrer geplanten Ermordung über den Boden verstreute, drehte sich Karen zum Schreibtisch um und entdeckte den Computer und einen Stapel Manuskriptseiten unter einem ledernen Album. Sie griff nach ihrer Fischkeule, um den Bildschirm zu zerschmettern, als Jordan sagte, Moment. Sie hielt die Keule über dem Kopf. Wenn das alles hier an den Wänden war, sagte sie und zeigte auf das Schlachtfeld am Boden, ist vielleicht noch mehr da drauf. Jordan zeigte auf den Laptop. Karen nickte, wiederholte sie mit der Keule aus. Was noch? fragte Jordan. Und im selben Moment kam Karen die Antwort. Dreierlei breitete Karen unmittelbar vor dem bösen Wolf auf dem Boden aus. Wäre er in der Lage gewesen, den Fuß auszustrecken, hätte er sie mit den Zehen berühren können. Seinen Laptop, sein Manuskript, sein Album. Sie sagte nichts. Sie wollte nur, dass der böse Wolf sich diese Dinge ein paar Minuten lang ansah und begriff, was sie damit anstellen konnte. Er wechselte mit sichtlichem Unbehagen die Stellung. Hat jemals jemand eine solche Nacht mit einem Serienmörder verbracht und überlebt? fragte sich Karen. Sie hegte den Verdacht, dass die Antwort negativ ausfiel. Sie betrachtete den Wolf mit einem schiefen Grinsen, das ihn, wie sie hoffte, noch mehr aus der Fassung bringen würde. Innerlich warnte sie sich, treib ihnen die Enge, aber mit Augenmaß. Tu was, aber übertreibe nicht. An der Uni habe ich nicht das Geringste über die Bühne gelernt. Das musste ich mir selbst beibringen. Sie hättet gerne gewusst, ob je ein Komiker einem derart feindseligen Publikum gegenübergestanden hatte. Sie ließ Rote zwei und Rote drei bei den Wölfen, während sie zuerst in die Küche und dann ins Bad ging. Sie fand prompt, was sie suchte. Kleine Plastiktüten, eine Schere, ein großes Brotmesser, Wattestäbchen, einen schwarzen Marker. Als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, hätte man meinen können, sie wäre kurz einkaufen gewesen. Obwohl ihr von dem Faustschlag die Rippen pochten, grinste sie, und als sie sich dem bösen Wolf zuwandte, ließ sie ihn spüren, dass sämtliche Zweifel, die sie eben noch gehabt haben mochte, verflogen waren. Dies alles war gespielt. Doch sie hatte Erfahrung darin, sich von einer widerspenstigen Meute nicht die Schau stehlen zu lassen. Reiße ungerührt deine Witze. Behalte die Oberhand. Verweise den Zwischenrufer oder den Störenfried in seine Schranken. Du hast das Sagen. Die anderen beiden Roten konnten ihre Neugier kaum verbergen. Sie hatten keine Ahnung, was Karen im Schilde führte. Sie fing an, ein paar Takte eines Hits der 1960er Jahre zu summen. Egal wie schräg es klingen mochte, konnte sie darauf zählen, dass der böse Wolf den Song erkennen würde, den Sam the Sham and the Pharoahs berühmt gemacht hatten. Hey, Little Red Riding Hood. Sie wollte ihn damit verunsichern. Sie wartete einen Moment und fragte dann, Also, wie viele Menschen hast du umgebracht? Der böse Wolf antwortete nicht sofort. Er kniff die Augen zusammen und grinste noch breiter. Er schien wieder Oberwasser zu haben. Auch wenn er an Händen und Füßen gefesselt war, verwickelte ihn Rote Eins in ein Gespräch. Das war verführerisch. »Keinen? Einen? Hundert?« »Was schätzt du?« antwortete er. Karen musterte den Wolf. Sie versuchte, irgendeinen Zugang in seinem Gesicht auszumachen, etwas in seiner Körperhaltung, in der Art, wie er auf dem Sofa saß, einen Körpergeruch, eine Eigenheit in seiner Stimme oder seinem Tonfall, irgendetwas, das zu erkennen gab, was er war. Es war, als starrte sie im letzten Licht vor Einbruch der Dunkelheit auf die eintönige Weite der graublauen See. Die kleinen Wellenkräusel an der Oberfläche verbargen die Strömungen, die bei Einbruch der Nacht im Bund mit dem Wind und den Gezeiten zu einer heimtückischen Gefahr werden konnten. Hier lag offensichtlich seine Stärke. In seinem unscheinbaren Erscheinungsbild, hinter dem seine wahre Natur nicht zu erkennen war. Neben ihm bebte Mrs. Böser Wolf vor Empörung. Mit finsterer Miene beantwortete sie in schrillem Ton die Frage. »Wie kommen Sie nur darauf, er könnte je einen Menschen getötet haben?« brach es aus ihr heraus. »Ich habe es überprüft. Ich habe sogar mit der Polizei gesprochen. Nirgends irgendwelche Beweise. Er ist Schriftsteller, das sagte ich Ihnen doch bereits. Er muss recherchieren.« Karen nickte und ignorierte die Einlassung von Mrs. Böser Wolf. »Du lässt dich nie erwischen, stimmt's?« Der Böse Wolf zuckte die Achseln. Sie wandte sich an seine Frau. »Und sie?« fing sie an, schluckte ihre Frage jedoch herunter. Jede Antwort, die sie sich von ihr erhoffen mochte, stand der Frau des Wolfs deutlich ins Gesicht geschrieben. »Auch dein Leben wird sich von heute an dramatisch ändern, nicht wahr?« Manche Fragen erübrigten sich. Karen schauderte. Sie holte tief Luft und wandte sich wieder dem Wolf zu. »Was benutzt du am liebsten?« fragte sie. »Schusswaffen? Messer? Deine Hände? Oder was anderes? Auf wie viele unterschiedliche Arten kann man töten?« »Jede Waffe hat ihre Vor- und ihre Nachteile«, erwiderte er. »Das kann dir jeder Thriller-Autor sagen.« Er deutete mit einem Blick auf das Manuskript am Boden. »Steht alles da drin?« sagte er gereizt. Als Ärztin und als Comedian hatte Karen eine Lektion gelernt, die ihrer nächsten Frage zugrunde lag. »Kannst du jemanden töten, indem du ihn im Ungewissen lässt?« fragte sie. Alle drei Roten beobachteten, dass in diesem Moment das Gesicht des bösen Wolfs erstarrte. Zum ersten Mal sahen sie, wie sich bei ihm dieselben Zweifel einzunisten begann, mit denen sie sich seit ihrer ersten Berührung mit ihrem Widersacher herumgeschlagen hatten. Seine Frau dagegen war verwirrt und schien die Frage nicht zu verstehen. Karen wartete keine Antwort ab. Sie trat vor. Als erstes schnitt sie ihm mit der Schere eine Haarsträhne ab. Die wanderte in einen Plastikbeutel. Dann wischte sie mit einem Wattestäbchen über das Blut des von Jordans dünnem Messerschnitt an seinem Hals gerann, und auch das kam in einen Plastikbeutel. Auf beiden Beuteln vermerkte sie mit dem schwarzen Marker gewissenhaft Uhrzeit und Datum. Dann hielt sie eine Hand in die Höhe und schnippte an dem sterilen, elastischen OP-Handschuh. Sie flüsterte dem bösen Wolf zu, »Schätze, dein Laptop wimmelt nur so von deinen Fingerabdrücken. Von uns sind keine dran.« Sie ließ den Handschuh ein weiteres Mal vor seinem Gesicht zurückschnappen und holte ein neues Wattestäbchen heraus. »Den Mund weit öffnen«, sagte sie, als wäre sie in ihrer Praxis. Der böse Wolf biss die Zähne zusammen. Karen sah ihn an. »Aber, aber, sag mal, ah«, ermunterte sie ihn in liebenswürdigem Ton, der ihre geballte Wut kaschierte. So hätte sie mit einem Kind gesprochen, das der ärztlichen Anweisung nicht nachkommen wollte. Sie ging so in ihrer Nummer auf, dass sich der pochende Schmerz von ihrer gebrochenen Rippe verflüchtigte. Er öffnete den Mund. Sie entnahm ihm eine Speichelprobe und wieder wanderte ein Wattestäbchen in einen Beutel. »Noch ein paar Zellen«, sagte sie. Dann stellte sie sich vor Mrs. Böser Wolf. »Und noch einmal die gleiche Prozedur«, sagte sie. Mrs. Böser Wolf schien aufrichtig erstaunt, als eine Strähne ihres Haars in einem Beutel verschwand, gefolgt von einer Blutprobe und einem Abstrich im Mund. Karen nahm die ganze Sammlung und steckte die Plastiktüten in Sarahs Tasche. Dann griff sie zu einem der Handys und knipste ein paar Fotos von den Wölfen. Bei den Nahaufnahmen achtete sie darauf, sie sowohl von vorne als auch im Profil festzuhalten. Als sie damit fertig war, wandte sie sich wieder an den bösen Wolf. »Erklär deiner Frau, was wir eben gemacht haben«, sagte sie. »Blut, Haar, DNA. Sozusagen das, was wir aus medizinischer Sicht sind«, sagte er leise. »Medizinisch trifft es nicht ganz«, sagte Karen. »Meinst du, forensisch wäre präziser? Ich überlege gerade«, fügte sie hinzu. »Ob sich da draußen vielleicht irgendjemand für diese Proben interessieren könnte? Meinst du, der eine oder andere Ermittler in einem ungeklärten Fall könnte sie, wie soll ich sagen, aufschlussreich finden?« Sie lächelte. »So sieht's aus. Das gesamte Material kommt an einen sicheren Ort. Vielleicht in ein Schließfach, vielleicht in den Safe einer Anwaltskanzlei. Schauen wir mal. Eins steht fest. Es wird irgendwo deponiert, wo du's nie im Leben finden wirst. Dein Laptop, das Album, die Fotos. Alles, was wir heute Nacht mitnehmen werden. Drei Personen haben Zugang zu dem Versteck. Rote 1, Rote 2 und Rote 3. Wir werden es Sarah überlassen, weit weg für die geeignete Unterbringung zu sorgen, denn sie ist diejenige, der du nie und nimmer auf die Spur kommen wirst. Für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass sich jemals wieder eine von uns kleinen Rotkäppchen auch nur im Mindesten bedroht fühlt, wissen die Verbliebenen, was sie zu tun haben. »Hast du das verstanden?« Der böse Wolf nickte. Sein Gesicht hatte eine beängstigend dunkle Farbe angenommen. Die drei Roten vermuteten, dass er jeden Muskel am Leib anspannte, um sich von den Klebebändern zu befreien. Zweifellos brodelte eine mörderische Wut in ihm. Doch noch während sie diese Beobachtungen anstellten, sahen sie, wie sich die hervorgetretenen Adern an seinem Hals entspannten und ihm stattdessen Angst und Resignation ins Gesicht geschrieben standen. Es war, als dämmerte ihm, dass er von jetzt ab für den Rest seines Lebens mit einer anderen Art von Fesseln leben musste, die ungleich stärker waren als Isolierband. Alles, was er ihnen angetan hatte, würde jetzt mit ihm passieren. Karens Lächeln war verflogen. Noch einmal dachte sie, »Wie viele Menschen hast du ermordet?« Und so vertraut, wie sie als Ärztin mit dem Tod war, wusste sie, dass sie für seine früheren Opfer nichts mehr tun konnte. Doch sie und die anderen zwei Roten wären von dieser Sekunde an immun. Und so wechselte sie in eine Tonlage, die sie angeschlagen hätte, wenn sie einem verhassten Menschen mitteilen müsste, dass er an einer unheilbaren Krankheit litt. »Du hast uns die ganze Zeit im Ungewissen gelassen. In ständiger Angst. Und dann wolltest du uns töten. Jetzt machen wir dasselbe mit dir. Du wirst nie wieder das Klopfen an der Haustür hören, ohne zu denken, es wäre die Polizei. Du wirst nie wieder einen Streifenwagen im Rückspiegel sehen, ohne daraus zu schließen, dass es vorbei ist, oder die Straße entlang gehen, ohne dich zu fragen, ob dir ein Ermittler folgt. Wenn du morgens aufwachst, wirst du wissen, dass es dein letzter Tag in Freiheit sein könnte. Wenn du abends schlafen gehst, wirst du nicht sagen können, ob dein erbärmliches Leben am Morgen vorbei ist. Und es sind nicht nur die Cops, musst du wissen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich auch ein paar Angehörige der Opfer für diese Zusammenhänge interessieren werden. Oder Verteidiger, die mit diesem Material einen unschuldigen Klienten aus dem Knast bekommen. Und ich wage mir gar nicht auszumalen, wie so ein armes Schwein, das fünfzehn Jahre in der Todeszelle gesessen hat, zu dir steht. Ich glaube kaum, dass er über den kleinen Irrtum großzügig hinwegseht. Sie deutete auf die Gegenstände. Stell es dir als eine Krankheit vor. Eine tödlich verlaufende Krankheit. Sie schwieg einen Moment und fügte dann hinzu, versuche nicht unterzutauchen. Wenn du verschwindest, werden wir es erfahren. Und das alles hier gelangt in die zuständigen Hände. Und glaub ja nicht, dass du uns Lebewohl sagen und dir eine andere arme Frau suchen kannst, die du ermordest, um dir deinen Kick zu verschaffen. Es ist schlicht aus und vorbei. Was du bis zu diesem Moment gewesen bist, ist Schnee von gestern. Von jetzt an bist du einfach nur ein ganz gewöhnlicher Mann, an dem nichts, aber auch gar nichts Besonderes ist. Klingt ziemlich schlimm, nicht wahr? Karen holte tief Luft. Es wäre nicht verwunderlich, dachte sie, wenn ein so tiefer Fall vom grandiosen Wolf zu einem bloßen Nichts tödlich verlaufen würde. Es war zu hoffen. Demütigung war eine gefährliche Waffe. Ich frage noch mal. Kannst du jemanden töten, indem du ihn im Ungewissen lässt? Es herrschte Schweigen im Raum. Der böse Wolf kannte die Antwort auf diese Frage und wusste, dass er sie nicht auszusprechen brauchte. Karen wandte sich an die anderen Routen. Meine Damen, sagte sie, wir müssen los. Sie nahm das Brotmesser mit der gezackten Schneide, das sie aus der Küche entwendet hatte, und legte es auf den Fernsehapparat. Hier, sagte sie, ihr werdet eine Weile brauchen, bis ihr drankommt, um euch loszuschneiden. Sie konnte sich einen sarkastischen Witz nicht verkneifen. Es ist schon fast morgen. Hey, kommt nicht zu spät zur Arbeit. Sie nahmen alles mit. Als sie kurz vor dem Aufbruch waren, konnte sich auch Jordan nicht mehr zurückhalten und flüsterte den anderen Roten zu. Wisst ihr was? Mir ist klar geworden, dass ich Märchen verdammt noch mal nicht leiden kann. Sie kicherte unbeherrscht. An der Türschwelle drehte sie sich noch einmal zum bösen Wolf um und sagte, schätze, das letzte Kapitel muss ein bisschen umgeschrieben werden. Acht Uhr. Rote Drei packte sich zur Feier des Tages ihr Frühstückstablett mit Müsli-Schalen, einem Teller mit Toast und Rührei, mit Obst, Kaffee und Orangensaft voll. Sie wartete am Ende der Schlange, bis ein Muskelprotz, der an ihrer Schule in der Footballmannschaft spielte, vor ihr an die Theke trat und kam ihm mit ihrem Tablett gezielt in die Quere. Es fiel scheppernd zu Boden. Geschirr ging zu Bruch. Das Ganze war eine Schweinerei. Es befanden sich in diesem Morgen fast 75 Schüler und Lehrer im Speisesaal. Die Schüler spendeten, wie immer, wenn ein Tablett zu Boden ging, Applaus, und die Lehrer traten, ebenso reflexhaft, augenblicklich in Aktion, um einen Hausmeister zu holen, der saubermachte und die feixenden Schüler zur Ruhe zu bringen. Jordan wusste nur, dass sich an diesem Morgen jeder an sie erinnern würde. Die Vorstellung, dass sie sich fast die ganze Nacht einem Mörder entgegengestellt hatte, wäre so absurd, dass jeder, der einigermaßen bei Verstand war, sie für das Hirngespinst eines überspannten Teenagers halten musste. Rote 2 mischte sich unter eine Gruppe Frauen, die eine Kinderschar für den Schulbus fertig machten. Trotz aller Belastung und der Bedrohung, die von den Ex-Männern oder Freunden ausging, mussten die Kinder zur Schule gehen. Es war immer eine Zeit, der die Frauen mit gemischten Gefühlen entgegensahen. Einerseits konnte einer dieser Männer auf der Bildfläche erscheinen, andererseits bedeutete der Aufbruch, mit den üblichen Ermahnungen nicht zu spät zu kommen, ein Stück Normalität. Es herrschte Gedränge, und die anderen Frauen wussten ein paar zusätzliche Augen und Hände, um in einem von häuslicher Gewalt zerrütteten Leben ein gewisses Maß an Ordnung aufrechtzuerhalten zu schätzen. Niemandem war aufgefallen, dass sich Sarah nicht von drinnen zu der Gruppe gesellte, sondern von draußen. Sie wussten nur, dass die alleinstehende Frau namens Cynthia an diesem Tag ausgesprochen hilfsbereit war, mit ihnen darauf achtete, dass die Kinder ihre Lunchpakete und ihre Hausaufgaben nicht vergaßen. Sie lachte mit den Kindern und behielt gleichzeitig die Umgebung im Blick, weil man nie wissen konnte, woher die nächste Gefahr drohte. Niemand bemerkte, dass Cynthia an diesem Morgen zum ersten Mal seit Tagen das Gefühl hatte, endlich und wahrhaftig frei zu sein. Rote einst begrüßte ihre erste Patientin an diesem Morgen mit einem Überschwang, der angesichts der schmerzhaften Gürtelrose, an der sie litt, vielleicht ein wenig unangemessen war. Während der Untersuchung plauderte sie mit der Frau und stellte ihr zum Schluss ein Rezept aus. Sie vergewisserte sich, dass alle ihre Bemerkungen zu dem Fall in der elektronischen Patientendatei mit Datum und Uhrzeit versehen wurden. Als sie die Konsultation beendet hatte, begleitete sie die Patientin ins Wartezimmer, damit alle anderen Patienten, die für diesen Morgen Termine hatten, sehen konnten, dass dies ein durch und durch normaler Tag mit der üblichen Praxisroutine war. Bevor sie sich ihrem zweiten Patienten widmete, wandte sie sich an ihre Sprechstundenhilfe. »Ach, ich's vergesse«, sagte sie zu der Frau hinter der kleinen Theke, als ginge es um die natürlichste Sache der Welt. Sie reichte ihr die Patientenakte von Mrs. Böser Wolf. »Ich würde Sie bitten, diese Patientin heute Nachmittag anzurufen und mit ihr einen Termin in ein paar Wochen abzusprechen. Ich mach mir wirklich Sorgen um ihr Herz.« Epilog Er nahm den Revolver und klappte die Trommel auf. Es war eine Smith & Wesson Kaliber 38 mit kurzem Lauf, wie sie in der Noir-Literatur der 40er und 50er Jahre typischerweise die Kommissare bevorzugten, da sie bequem in ein Schulterhalfter passte, das sie dezent unter dem Jackett verstecken konnten. Ein Anzug mit Schulterpolstern und eng zulaufenden Hosen, dachte der Böse Wolf. Ermittler die flotte weiche Filzhüte auf dem Kopf trugen und Dinge sagten wie »Vergiss es, Jake, das hier ist Chinatown.« Der Böse Wolf wusste, dass es eine unpassende Waffe war, dafür aber mit einer großen Durchschlagskraft auf kurze Entfernung. Sie war kaum noch in Umlauf. Heutzutage bevorzugten die echten Cops schwerere halbautomatische Pistolen mit mehr Patronen und einer größeren Wirkung auf alle Entfernungen. Er hatte diese Waffe bei einem privaten Händler in der Nähe von Vermont gekauft und wegen ihres ein wenig antiken, romantischen Appeals einen Aufpreis bezahlt. Als er Bares sah, hatte der Händler sich nicht mit Fragen aufgehalten. Der Böse Wolf nahm fünf der sechs Kugeln aus der Trommel und stellte sie in Reihe und Glied vor sich auf. Seit über einem Monat tat er das Morgen für Morgen. Dann klappte er die Waffe mit einem laut vernehmlichen Klicken zu. Er streckte die Arme aus und hielt inne. Hemingway, Mishima, Kosinski, Brodigan, Thompson, Plath, Sexton. Er legte eine kurze Gedenkminute für sie und all die anderen ein. Ein plötzlicher Stich in der Brust ließ ihn heftig zusammenzucken. Irgendwo in seinem Viertel hörte er eine Sirene. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Er konnte sie nicht unterscheiden. Er vergaß zu atmen, während er horchte. Die Sirene wurde lauter, kam näher, bis sie sich zu seiner großen Erleichterung in die andere Richtung entfernte und irgendwann verstummte. Der Böse Wolf durchquerte das Schlafzimmer und starrte in den großen Spiegel. Er hob die Waffe und setzte die Mündung an die Schläfe. Er zog mit dem Daumen den Hahn zurück und spielte mit dem Zeigefinger am Abzug. Er fragte sich, wie viel Druck nötig war, um abzufeuern. Ein kräftiger Ruck oder eine zarte Berührung. Gut dreißig Sekunden blieb er so stehen. Dann wechselte er die Stellung und steckte sich den Lauf in den Mund. Er schmeckte das bittere Metall auf der Zunge. Noch einmal dreißig Sekunden verstrichen. Dann setzte er die Waffe in einem Ritual, das ihm inzwischen so wie das Haare Kämmen oder Zähneputzen zu festen Gewohnheit geworden war, ein drittes Mal an, diesmal am weichen Fleisch unter dem Kinn. Wieder blieb er so lange reglos stehen, bis er nicht mehr wusste, ob es Sekunden, Minuten oder gar Stunden waren. Als er die Waffe langsam sinken ließ, sah er an der Stelle, wo sich ihm der Lauf in die Haut gedrückt hatte, eine rötliche Vertiefung. Er stützte sich mit beiden Händen auf die Frisierkommode und betrachtete sich weiter im Spiegel. Er hatte das Gefühl, als blickte er in das Gesicht eines Fremden. So wie die Sirene verheilt war, schien auch er langsam zu verblassen. Er wusste, dass er in absehbarer Zeit ganz aus seinem Blickfeld verschwinden würde. Und wenn dieser Moment gekommen war, würde er abdrücken. Mrs. Böser Wolf starrte durch das Bürofenster auf die Abschlussfeier, die im Innenhof begann. Sie konnte sich nicht dazu aufraffen, hinunterzugehen, obwohl ihr Chef, der Direktor, sie ausdrücklich dazu ermuntert hatte. Sie riss das Fenster auf, sodass sie von oben die Dudelsackspieler hören konnte, die mit Glanz und Gloria die Absolventen zu ihren Stühlen begleiteten. Durch das dichte grüne Blätterwerk der Bäume, die sich an diesem schönen Junimorgen in der sonnigen Brise wiegten, ging Mrs. Böser Wolf die Reihen der Eltern, Freunde und Familien durch, die zu Ehren der Absolventen erschienen waren. Sie brauchte nicht lange, um die beiden rothaarigen Frauen zu erspähen, die nebeneinander saßen, und die dritte im Bunde beobachteten, die glücklich auf die Bühne stolzierte, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen. Das Schöne an den Abschlussfeiern ist, dachte Mrs. Böser Wolf, dass sich dabei alles um die Zukunft dreht. Sie ließ das Fenster offen und kehrte zu ihrem Schreibtisch zurück. Sie hatte viele einsame Tage und Nächte verbracht, seit sie das Isolierband an Händen und Füßen gerade noch rechtzeitig aufgeschnitten hatte, um, wie die Ärztin gesagt hatte, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie hatte mit ihrem Mann kein einziges Mal über diese Nacht gesprochen. Wozu auch? Wie sich die Dinge ändern, flüsterte sie. Mrs. Böser Wolf brachte sich vor ihrem Computer in Stellung. Sie war voller Ängste und Zweifel und spürte, dass ihr Vorhaben auf eine verquere Weise schrecklich falsch und richtig zugleich war. Sie merkte, wie sie vor Nervosität feuchte Achseln bekam, während sie die Tastatur zurechtrückte. Sie vergewisserte sich, dass niemand sie beobachtete. Dann machte sie ein paar Klicks. Ein neues, leeres Dokument blitzte auf dem Bildschirm auf. Sie zögerte erneut und rief sich ins Gedächtnis, dass es nie einen besseren Zeitpunkt geben würde. Sie schrieb »Die drei Roten«, Kapitel 1. Sie ließ ein paar Leerzeilen, dann fing sie an. »In meiner Hochzeitsnacht wusste ich nicht, dass der Mann, der neben mir ins Bett kroch, ein brutaler Mörder war.« Mrs. Böser Wolf betrachtete den Satz. »Nicht schlecht«, bescheinigte sie sich. »Vielleicht klappt's ja. Mit Sachbüchern oder Memoiren kannte sie sich nicht aus, doch dieser Anfang schien angemessen.« Sie horchte in sich hinein, ob nicht irgendwo noch so ein Satz war und wo sie die passenden Worte finden würde. Und in diesem kostbaren Moment brach aus ihrer Fantasie plötzlich ein spektakuläres Aufgebot an Worten hervor. Die Worte tobten und tollten, prangten und protzten, hüpften ihr wie entfesselt übermütig im Kopf umher und wollten sich frei entfalten. Sie explodierten wie ein Feuerwerk und ordneten sich wie von selbst zu einer großartigen Formation von Sätzen. Mrs. Böser Wolf rieselte es wohlig durch den ganzen Körper. Aufgeregt beugte sie sich vor und widmete sich ihrer Aufgabe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017